so freunde wir sind wieder zurück mit einem brand brandneuen spiel nämlich call of duty modern warfare 3 man kann es auch resurrection nendi das wird sehr sehr nice aber um ins dreier zu kommen müssen wir das zweier starten und dann startet sich quasi dadurch der das brandneue game was denn wir startet ich weiß wie sich das anhört ich kann nichts dafür ich habe mir das nicht ausgedacht ich habe mir das nicht ausgedacht da habt ihr das alte jetzt müsst ihr hier aufdrücken damit dann wiederum durch das raufklicken hier der dlc aktiviert wird richtig es ist ein 100 euro dlc das muss man sich auf der zunge zergehen lassen man sieht es auch bei bei den modern warfare 2 dass es dort in der dlc kategorie gelistet ist ist ein 100 euro dlc ich glaube es ist das teuerste dlc was es jemals gab call of duty modern warfare 3 ich bin sehr gespannt wir haben extreme grafikeinstellungen ich hoffe das kommt wenigstens ein bisschen im stream rüber und ich bin auch ich muss drücken muss nicht drücken doch das stabil natürlich gucken ob die game eingeblendet wird ansonsten muss ich vom bildschirm absintheit ist nice so jetzt gehe ich noch mal gucken ob der stream gut läuft dafür muss ich ganz kurz hier rein moment man muss mich anhören hörst mich anhören alles klar ich habe mich angehört für akzeptabel befunden können wir weg machen nice so wir kriegen glaube ich als abschlussbelohnung wenn das ganze game vorbei ist eine versinkarte namens amtma oder so ähnlich sieht ganz stylisch aus und die operation heißt 627 und rein geht es wir gucken zuerst ganz kurz in die grafikeinstellungen rein warum laden die scheider jetzt haben wir gleich eine ruckelorgie weil die schäder laden i love it i love it it is amazing wahrscheinlich weil wir einfach das game gechanged haben und dann lädt der jeweils immer den aktuellen schäder ansonsten kann ich mir nicht erklären was er da tut er switcht anscheinend von schädern immer her je nachdem was man da gestartet hat wenn das so ist ey what the fuck wirklich dann müssen wir nicht jedes mal schädern jetzt tatsache wir müssen oh mein gott wir müssen jedes mal schädern gut stable muss schon sagen es ist wir gehen trotzdem rein ganz kurz um euch das zu zeigen wir haben exklusives vollbild wir haben das game of 2k mit 4070 ti die läuft im zarten overclock dann haben wir noch 11700k der ist auch im overclock am start wir haben boost an und alles ist okay damit wir gute stabile frames haben wir haben die extremsten grafikeinstellungen die reingehen haben allerdings das game auf ausgeglichen eingeschaltet da wir das neueste dlss am start haben haben wir dlss 5 3.5 wenn ich mich nicht irre das bedeutet wir haben die schärfungen am start und so wir haben die frame generation am start und so aber nächstes ist nur die dreier oder wir haben aber kein dieses spezial bilddingens da und so ansonsten ist aber alles auf max wie man auch wirklich sehen kann weil setzte auf den höchsten wert um unvergleichliche qualität zu erreichen also wir wären gleich und er unerreichliche qualität sehen alter unvergleichliche gibt es unerreichliche alter wenn nicht habe ich das wortze eben gerade erfunden my queen 7 hier wo der neueste shit am start ist so wie gesagt wir müssen jetzt warten wir können nichts tun und die grafikeinstellungen sind auch nur hier gültig die grafikeinstellungen gelten nicht für das alte game die haben das separate gemacht obwohl man das ganz easy patchen kann aber das machen sie nicht weil man so halt sagen kann diggi auf detail 3 und hast du bessere grafik mit mehr performance wegen besseren dlss und frame generation nice ich bin gespannt ob die frame generation auch im regulären multiplayer drin ist weil wir wissen ja alle das steigert ja nochmal die ms zu allem was da ist nochmal um 40 bis 70 knapp weswegen der boost dann sowieso erzwungen ist den kann man gar nicht mehr ausschalten und da bin ich wirklich gespannt da bin ich wirklich gespannt weil im singleplayer ist es sowieso vollkommen egal weil singleplayer wir hätten auch hdr hdr kann ich aber leider nicht aktivieren weil ich hier gerade streame und wenn ich streame in hdr würde ich zwar das selber sehen aber ihr im stream sieht dann überall einen milchigen ausgeblichen effekt und deswegen spiele ich in normal und ich habe wirklich recht die shader werden doppelt geladen weil man muss ja einmal das alte laden dann lädt der nochmal die alten shader für das alte game und wenn man dann rein switcht ist ins neue und du musst wie gesagt das alte anmachen sonst kannst das neue nicht starten werden die shader denn wiederum überschrieben kann man das kann man sich nicht unglaublich unglaublich noch nie sowas erlebt anstatt das separat am start zu haben zum runterladen nein digga es ist ein dlc es ist weiß ich nicht weiß ich nicht jetzt ist fertig jetzt können wir wir werden in rekrut zocken weil wir das game genießen werden jetzt können wir wir werden in welcher die die in 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Modern Warfare 3DG 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 Modern Warfare 4DG 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 ein gehackt und jetzt doch geil aus freunde das sieht geil aus an alle teams alpha ist in position status bericht bravo ist über der lz es ist ja so wahnsinnig ich habe wahnsinnig grafik alter auf dem weg bestätigt in position an alle teams bravo an deck rücken vor die treppe runter südseite aber wir gehen mal ganz kurz gucken ob wir hier die audio ein bisschen wieder lauter stellen können weil ich habe nämlich gemerkt dass das jetzt gerade ein bisschen zu leise an alle schützen ein startet ein kampf auf dem hof sieht aus wie ein gefangener transport wir warten bis charlie das feuer öffnet und stürmt dazu luka auf dem hoch und nach drinnen zu gelassen hier warten an alle team alpha ist in position bestätigt bravo bereit ladung scharf charlie ist bereit drei zwei eins los ich habe kein feind ja gut die k.i. ist halt auf easy gestellt aber ich will halt nur ein abenteuer haben und nicht herausforderung wie klar habe ich denn den multiplayer an der luke sammeln für einstieg bei dem anmarsch unter die herde bravo alpha ist in den tunneln wie ist euer status sind beim kontrollraum warten an alle teams lassen wir es krachen bravo steckert die schaffung ist für uns russia lecker sind drei zwei eins ausführer ein bestätigt nur auf die wachen schien in sachen als deckung nutzen sobald der aufstand los geht verstanden nur wachen sicher mehr in den stellen blöcken links ausbräuchern vorrücker ich habe keine ahnung was er von mir will ich habe keine ahnung was er von mir will die wachen wissen wo wir sind ausgeschaltet weiter Mache auf! Kontakt! Wachen über dir einfach! Sicher! Glocke sichert! Auf dem Weg nach unten! Ich bin nicht auf dem Weg nach unten! Ich bin nicht auf dem Weg nach unten! Ich bin nicht auf dem Weg nach unten! Alpha 1 Antrago 1! 55 PF! Ich stehlich! Alpha rückt zu Untergeschoss X4 vor! Cool, war so gar ein Erfolgsspiel! Wo muss ich jetzt hin? Was ist los, Alter? In welche Richtung geht's, ey? Wo sind die Informationen, ey? Auf dem Weg nach unten! Wie krass ist der denn gesichert, Digga? Ich bin bereit. Alpha beim Ziel. Bereit halten. Fuck it! Treten Sie ins Licht. Wie viel Zeit ist, Vanya? Alle Stationen bestätigen. 627. Verstanden. Öffne. 627. Dein Plan war perfekt. Pläne müssen umgesetzt werden. Das ist erst der Anfang. Alle Teams, wir haben ihn. Abrücken in 30. Es ist mir eine große Ehre. Kommandant Makarov. Sechs Jahre. 22 Tage und 4 Stunden. Bruder. Schön euch beide zu sehen. Dich auch. Was du von hier aus erreicht hast? Das ist erst die Spitze des Eisbergs. An alle Stationen. Hier ist... Euer Kommandant, Wladimir Makarov. Rufzeichen. ZAR 9-0. Und ich... Übernehme. Weiter mit Phase 3. Folgt mir. Dich auch. Dich auch. Ivan. Läuft die Exfiltration noch nach Plan? Daktoschnurkommandier. Wir nehmen den Aufzug nach oben und spazieren durch die Vordertür raus. Charlie erwartet uns hinter der Brücke. War das schon. Einfach ist am besten. Bis es das nicht mehr ist. Los. Los. Andrej. Ausrüsten und ein Los. Los. Sie sind in der Arzneimale. Auf welcher Seite? Sie sind in der Karate. Sie sind in der Pflicht. 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 Alpha 2-1 an Charlie. Ziel sicher. Rück zu Exfiltration vor. Bereithalten. Roger. In Bereitschaft. Das sieht wirklich alles clean aus. Alpha 1, wir sind im Aufzug. Ziel ist sicher. Bereit für Exfilme. Kommen. Alle Stationen oben umkämpft. Oben umkämpft. Truppenkontakt. Haben verstanden. Die Wachen setzen bravo oben zu. Wir müssen noch warten. Gleich treffen Gefangene ein. Das lenkt die Wachen ab. Das ist die Chance. Warten ist riskant. Andrei. Wer hat Macht hier im Gulag? Die Wachen? Oder Insassen? Was meinst du, Bratok? Die Insassen? Ja, Andrei. Daher sind Waffen nötig. All I did, you want. Bekashit ihr das Weine, das ist für mich. Someway. An alle Stationen. Auf dem Machtturm ist ein aktives M.G.N. Saran Reptor. Vordere sofortigen Besuch. Bestätigt. Verstanden. Reptor im Anflug. Reptor an Boden. Ziel erfasst. Vorsicht. Beschuss. Bestätigt. Lass Feuer regnen. Schüsse raus. Schüsse raus. Arketen. Reptor. Ziel zerstört. Gelangt zum Tunnel. Das ist unser Ausgang. Hier vom Aroma. Hidjum. Hidjum. Kapastierungsverbote. Achtung. Der feindliche Heli ist in der Luft. Eban, du hättest ihn zerstören sollen, als du die Chance dazu anlässt. Keine Sorge. Er konzentriert sich auf die Gefangenen. Schlag sie in die Flucht. Weiter. Werden und Waffen werden überrannt. Keine Mülle. Alle Einheiten in den Tunnel. Schnell. Alles klar. Gehen wir. Charlie, wir sind gleich bei dir. Schuss. Wunder. Ach, es reicht. Ach, es reicht. Ach, es reicht. Mein Verboten. Lass ihn lieber. Geh hier. Charlie sollte sich um diesen Heli kümmern. Das ist ein Problem, um das du dich hättest kümmern müssen. Folgt die Klippe zum Wasser. Unsere Boote geben euch Deckungsfeuer. Schütze auf der Mauer. Ach komm, Digga. Ich hab gedacht, da geht's runter, Junge. Es ist dunkel. Man kennt den Weg nicht. Man fällt von der Klippe. Das war so nicht abwegig, was ich getan hab. Das war so nicht. Das war's für heute. Ladepause am Start. Sehr stabil. Price goes. Das ganze Team ist da. Sag das nochmal. Makarov ist frei. Er ist aktiv, John. Abbruch. Wir kehren um. Dreh den Vogel um. Und hat ja saudämlich die Ladepausen unter Filmen zu verstecken. Okay. Shadow 2 hier ist Kilo. Sind am Hafen. Ich melde mich, wenn die Fracht in meinem Besitz ist. Verstanden, Kilo. Wie sieht es aus? Soweit. Das verändert alles. Hoffentlich brauchen wir sie nie. Den Perimeter sichern. Bleib am Funk. Sicher doch. Das war's. Ich bin. Was ist denn da? Sie ist wie du. Komm her! Ich habe alles getan. Ich habe dich verabschiedet. Ich habe dich nicht gehalten. Und die Miener? Ich bin Saker, ich bin von dem Barih. Was ist denn? Fereh? Ich bin nicht so gut, aber... Und Leili? Die Haube ist sicher sehr wichtig. Sicher. Nach vielen Jahren, ich bin ein Zauber. Wir leben in unserer Leben. Ich habe mich geholfen. Ich mache alles in deinem Gesicht. Ich bin nicht in der Mitte. 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 Dina! Ich bin... Ich bin... Ich bin nicht in der Mitte. 4 Echo 3 1, Truppenkontakt. Kilos Fahrzeug verstört. Was? Richtig gezuckt. Das war eine Falle. Dina ist tot. Das ist Conny. Sie sind überall, Commander. Die Raketen. Sie wollen die Raketen. Wir dürfen das nicht zulassen, Pfarrer. Wir dürfen das nicht zulassen, Pfarrer. Ich brauche Waffen. Du Container mit dem Shadow-Logo. Darin findest du alles, um Conny zu bekämpfen. Ihr habt mehr als nur Raketen geliefert. Viel mehr. Zu deinem Glück. Was? Digga, was für'n Container. Verarschen die mich? Shadow Company. Who the fuck, Alter? Wie sieht das bitte aus? Ich bin verarscht. Mit der Container? Nein. Easy, Alter. Ich bin am Container. Bestätigt. Die Ausrüstung gibt ja einen Vorteil, aber da ist noch eine Conny-Armee zwischen dir und den Raketen. Ich lasse nicht zu, dass Conny diese Raketen stirbt. Um keinen Preis. Panzerplatten? Ja, nein. Ich muss noch die Container finden. Dina würde wissen, wo sie sind. Ja, auf jeden Fall. Die Frachtlisten sollten im Büro der Hafenmeisterei sein. Der Turm. Bestätigt. Verstanden. Achso. Kann man sich hier ran gucken? Ja, sieht stabil aus. Das haben wir hier. Geht gar nicht. Doch. Ach, stabil. Mein Messer ist grad flöten, Digga. Wo ist die heutige Taktikkarte, Alter? Drücke Feststelle. Who the fuck is Feststelle, Alter? Was sind Feststelle, Digga? Ach, die Großschreibetaste, Junge. LOL. Wir haben drei Stockwerke, Digi. What? Zwei kleine Autos. Okay. Und lassen wir mal. Ja. Hm? Warte. Ja. Ja, ja. Ups Das ist der leichte Schwierigkeitsgrad. Wollt ihr mich trollen? So, wo muss ich jetzt hin, ey? Bin im Turm. Durchsucht Dinas Büro im zweiten Stock. Die Frachtliste sollte dort sein. Ich habe so viele Panzerplatten, kann nur eine mit mir tragen. Mündlichkeit höher machen. Die Frachtliste muss in der Nähe sein. Durchsucht Dinas Büro im zweiten Stock. Die Frachtliste sollte dort sein. Bin im zweiten Stock. Das Büro ist ganz nah. So eine Hafenmeisterei ist organisiert. Der Schreibtisch sollte leicht zu durchsuchen sein. Wo ist hinter dir her? Lass dich nicht sehen. Wenn du die Raketen verlierst, wer kann sie für dich verfolgen? Ich habe Kontakte, die mir helfen können. Kannst du ihnen trauen, Fahrer? Das ist deine geheime... Ohne Zweifel. Verstanden. Feindliche Schüsse! Frachtliste aufgespürt. Ausgezeichnet. Die GPS-Sender sind auf dem Schiff. Hol sie dir. Oh, Baby, Baby. Ist das andere besser, Alter? Ist das hier besser? Ich glaube ja, oder? Achso, Gold. Ah ja, ist wie im Rollenspiel. Alles klar, that is nice. Ich habe feststellen. Hm. Hm. War hübsch anzusehen. War hübsch anzusehen. Wenn du hier后 Developen zeigst, musst du sehen? Oh, hierher witchfalle teach huge. Ohne die Sender werden wir unsere Raketen nicht wiederkriegen. Big group Hub. da ist eine kiste drinnen ich fühl mich schon wie ein bohrson war nicht viel anstellen hier oder obwohl wie eine rauchgranate hier aussieht würde mich auch mal interessieren das geht nicht egal ich hab schon die ganze zeit aufgeflogen naja jetzt stimmt wo muss ich erzählen aufs boot oder was ist das denn ich muss mir erst mal dran gewöhnt ich habe die ganze zeit mit anderen game gezockt und jetzt habe ich richtig den skill verloren für das game das ist so schlimm was komplett anderes gameplay auf dem tisch nach der könnte sie sein habe die sender habe sie gleich mit unseren container nummern ab ok überprüft die kräne vielleicht laden die gerade einen der anderen container beeil dich kilo die zeit ist gegen uns digger wo ist der ausgang ein geschütz freu mich freu mich freu mich freu alles nicht freu mich freu mich freu mich freu mich freu mich Wir gucken, ob das gleich ein Bumms geht. Oh nein, es geht sogar wirklich kaputt. Oh nein, es geht sogar wirklich kaputt. Das ist ein Bumms. 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 Die haben dich wohl gefunden. Frage ist, was habe ich jetzt davon? Gut, dass ich in leichten Schwierigkeitsgrad bin. Ohne Scheiß. Wie sonst alle massakriert, Alter. Also, das kannst du definitiv nicht machen im hohen Schwierigkeitsgrad. Definitiv nicht. Wo wollen wir es hier hin? Einer geschafft. In Ordnung. Weiter zum Zweiten. Conny will dich kriegen, Frank. Rechne mit Kontakt. Gut ausgeschaltet, Kilo. Ich mach' ne Spritz-Tour. Er hat sich mikroskopisch besser, als die damalige Version. Läuft ja nix, Alter. Das freut mich. Wo muss ich denn hier hin, Alter? Da oben hin? Was? Ja. Ich mach' ne Spritz-Tour. Ich mach' ne Spritz-Tour. Ich mach' ne Spritz-Tour. Könnte es. Könnte es. Ich mach' ne Spritz-Tour. Ich mach' ne Spritz-Tour. Ich mach' ne Spritz-Tour. Bordeck. Und jetzt? Verfolge ich die Container. Ich begleite dich. Nein. Kümmere dich um die Toten und alarmiere die Truppen. Rusland ist zurück in Urzistan. Shadow Company ist mitverwickelt. Sie wollen sich ja auch mitmischen. Stimmt. Ich muss dringend jemanden kontaktieren. Das war's für uns. Und der Erfolg heute verdienen zuspruch. Und der Erfolg heute verdienen zuspruch. Ivan, aus dem, dass du mein Plan verletzt hast, wir verloren ein sehr wertvolles Zeit. Zeit решiert alles. Kommandier, ich habe das правильное решение gemacht. Mein Mietsträiter. Ich war nicht hier. Aber ich war alle Zeit bei euch. Der Feind hat neue Macht an sich gerießen. Die ULF-Stahl wieder die Kontrolle in Urzistan. Die Zeit ist gekommen. Und wir werden Ihnen die Bedeutung wahrer Macht zeigen. In diesem Kampf geht's um Wahrnehmung. Eine Lüge pflegt, doch die Wahrheit kriecht daher. Kontrolliere, was Menschen glauben. Und du kontrollierst die Welt. Das ist unsere Waffe. Und nutzen werden wir sie. Für russische Ehre. Für Russland. Das wahre Russland. Der Westen lebt Entscheidungen. Er hat nur eine Wahl. Er muss tun, was wir wollen. Jede Sekunde zählt. Als Makarov entkam, mobilisierte er seine Armee an mehreren Fronten. Conny griff den Urzistan-Hafen vor Sonnaufgang an. Fahrer war dort. Verletzt. Negativ. Ihr Team kämpfte, erlädt Verluste. Fügte Conny selbst Schaden zu. Sehr gut. Was war denn im Hafen? Eine Lieferung amerikanischer Raketen. Conny hat doch eigene Raketen. Was will Makarov mit diesen? Finden wir es raus. Ich verfolge sie. Sobald ich etwas weiß, greifen wir ein. Du sagtest mehrere Fronten, Laswell. Gib uns ein Ziel. Conny nähert sich in diesem Moment einem Atomkraftwerk in Urzistan. Ist es noch aktiv? Nicht mehr seit dem Sieg der ULF über Barkov. Was ist dann dort? Ihr vier, sobald ihr könnt. Roger. Gust und ich sehen uns um. Soap und Gas sichert den Perimeter. Wenn Makarov Nuklearwaffen will, müssen wir ihn stoppen. Verstanden. Dann legen wir mal los, Bravo. Eine Minute. Kiste ist bereit. Das ist unsere Ausrüstung, falls wir sie brauchen. Werden wir. Rampe. 30 Sekunden. Okay, Ziehhöhe ist 2000 über dem Boden. Knappe Sache. Typisch für uns. Wir treffen uns am Sammelpunkt. Check. Los. Los. Naja, ist doch ganz ehrlich, ich habe zwar Höhenangst, aber mit doppeltem Fallschirm würde ich es riskieren. Was ist denn da? Gegner? Ja, ok. Dann muss ich killen. Ich habe verstanden, Watcher. Die JLTVs, die sich in der Position nähern, 6. 8 und 6, Conny sperrt den Bereich um den Heli ab. Ich überrenne dich, Captain, verteidige dich. Ziel ausgeschaltet. So, was soll ich jetzt machen? Ach, zerstören. Moment mal, kann ich da nicht die 4 nehmen, Alter? Das ist einfach nur ein Fernglas. Ich habe gedacht, da ist so ein Dings, wo man markiert und dann, lol. Alter, ich wollte gerade eine Bombe ranmachen an das Ding. Geht das nicht? Wie mache ich denn das kaputt? Einfach tauchbar zu, oder was? Kann ich mich bewegen? Positiv. Keine Aktivität zu sehen. Bravo 6, die Baustelle ist gesichert. Schalte den Heli aus. Ja, Digga, wie denn? Oh, scheiße. Hab Sprengstoff, um die Vögel am Boden zu halten. Halt sie hinein. Ja, der schleudert da drum, wie so ein Beutelpudding oder so, ey. Ich setze dem Heli gut zu. Kann der denn noch einfach da am Start sein? Was ist das denn, Digga? Der hat ja nicht mal einen Kratzer bekommen, optisch. Bearscht ihr mich? Die Ausrüstungspaletten sind schon im Einsatzgebiet. Halt danach aus, schau, da ist viel drin. Verstanden, Kate. Ich krieg Depressionen. Digga, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Nein, Digga. Nein. 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 Ich muss den ganzen Scheiß normal machen. Oh, mein Gott. Das ist... Jetzt habe ich Schnauze voll. Schnauze. Ich habe Gott gemacht. Wie kann man denn bitte? Die Taste zum Hinschmeißen und die Taste zum Zünden ist exakt dieselbe Taste. Das bedeutet, hast du kein Package mehr. Zündest du die Scheiße, ey. Das kann doch nicht wahr sein, Digga. Oh, mein Gott. Jetzt habe ich mich so oft gedreht, dass ich nicht mehr weiß, wo... Ey, das kannst du... Oh. Ich habe ein Quad. Ghost, hast du Strahlungsspitzen? Negativ. Alle Helis gehen sauber. Wir können Ladungen an ihnen anbringen. Okay. Habe ich noch mehr? Nein! Das kann doch nicht sein, Digga. Du siehst nicht, wann die Packages alle sind, oder was? Kannst du keinem erzählen, Digga. Das kannst du keinem erzählen, Alter. Das kannst du keinem erzählen. Kannst du keinem erzählen. Für die Unterstützung, Watcher. Wenn es um Makarov geht, müssen alle ran, John. Es ist einfach nicht normal. Es ist nicht normal. Ich gehe gleich schlafen. Ich habe die Schnauze voll. Wo zum Teufel ist der Heli? Bravo, sieben, eins in Position. Sechs, eins in Position. Äußerer Perimeter sicher. Oh, Baby. Bravo, bereit. Sechs, der Weg ist frei. Pass mal auf. Eins. Zwei. Drei. Jetzt müsste noch eins da sein. Es ist ja nur eine Eins. In einem Conny, JLTV. Oh, Baby. Niedrig aufgelöste Grafik, warum auch immer. Der dreckige Penner, Alter. Pro-Gamer-Skills. Was ist das denn? Ging das denn schon wieder nicht? Wie fehlt das Teil? Aus dem Weg stürm ich doch nicht, ey. Hammer, harte Scheiße. Ganz schnell darf man den C4 gar nicht schmeißen, weil dann machst du einmal zu viel und dann stirbst du einfach, Digga. Das passiert mir nur einmal, Diggi. So, wo muss jetzt hin? Hier oben muss irgendwas sein, ne? What the fuck? Oh, was so, und das da ist? Mal gucken, was wir hier schönes haben. Patrouillenfahrzeug in der Nähe. Deine Entscheidung. Dein Fahrzeug, verstanden. Ist das alles dauerhaft? Mal gespannt. Leid unnauffällig, Captain. Sie suchen nach dir. Komm auch nicht instant raus. Wo muss ich lange, ey? Da sind irgendwelche Sachen am Start. Ist da ein Schalldämpfer dran? Mein Gott, Alter. Jetzt rückt die scheiß Panzerplatte raus, ey. Hammerhart. Sie schicken Verstärkung zum Heli. Such dir Deckung. Komm, Arsch. Ich will den Bonus haben, Diggi. Was ist denn das, ey? Muss ich dir irgendwas geben für ein Auto? Kann ich den Bagger fahren? Ich weiß hier überhaupt nicht, wo was mit F ist. Abgesehen davon. Wo muss ich hin, Digga? Wo bin ich hin? Wo bin ich vor, habe ich die Teile. Toll, die f*** ich schreien zu sehen. Das hat jede Menge von uns. Damit mach ich nen Heep. Kann auch kein Zahn. Ich hab ein Quad. Ja, die Grafik baut sich auf den Boden nicht so richtig auf. Arsch verteidigen, Digga. Der Heli nimmt Schaden. Zwei Helis ausgeschaltet. Verstanden, 6. Ein Ziel übrig. Halten wir Conny am Boden. Mein Heli ist nah. Conny ist bereit. Ich auch. Mehr Conny kommen. Was gut aufteppen. Alter! Ich muss tatsächlich sagen, dass sich das Game auch anders spült als das reguläre Call of Duty. Irgendwie. Irgendwie. Deswegen fühlt sich das irgendwie sehr sehr seltsam an. Oder das sind die Waffen, die ich normalerweise nicht spiele. Weil ich spiele immer nur M4, A16 oder wie das heißt. Mit ner P90. Und dann ist das hier natürlich komplett anders. Was? Bravo, 6. Achtung. Da ist ein gepanzerter Conny Heli über dir. Ach, schau. Tut zu tun. Alter! Nicht den bringen. Komm, steck doch das Ding rein, Digi. Jetzt, 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 jetzt. Guck mal, macht der den Scheiß nicht mal. Letzten Heli entdeckt. Und damit eigentlich auch die direkt ballern? Gut gemacht. Nicht so wirklich. Noch einer. Wir haben ein faszertes Fahrzeug mit montiertem MG auf dem Weg zu dir. Wen interessiert das? Letzter Heli ist zerstört. Gut gemacht. Was immer Conny sucht, bleibt am Boden. Achtung, Bravo 6. Conny hat den Reaktor getreten. Du musst da hin. Unterwegs zum Reaktor. Werde noch angegriffen. Verstanden. Alle Bravo beim Reaktor zusammenziehen. Es geht durch seinen Körper durch. Oh mein Gott, das hat gar keine Wirkung. Wie kann denn das sein? Ja, nee, ist klar, Alter. Holt den Helikopter runter, aber kann den Typ nicht wegblastern, Alter. Da fühle ich mich jetzt aber hart verarscht. Der ist schon tot. Oder? Tut der nur so. Aber der ist schon tot. Ich hasse diese Waffengattung, Alter. Das ist so schlimm, ey. Was ist denn das, ey? Damit kenne ich mich schon eher aus. Das ist gut. Was ist denn das, ey? Was ist denn das, ein Automatikgeschütz? Ich konnte ein Automatikgeschütz übernehmen. Oder? Moment mal, kann ich damit fahren? Oh mein Gott, dieses Automatikgeschütz. Ich kann damit fahren. Alter, der dampft und geht nicht sofort down. Übernehme feindlich in JLTV. Oh mein Bro, sagen wir mal lieber, wo's denn lang geht, Alter. Wo, wo, wo. Du bist sicher, Captain. Aufdruck, konifizieren sich überall neu. Wo ist jetzt der Protagonist? Ist das ein Atomkraftwerk? Etwa in denen sehen die so billig aus, ey. Wo ist denn das? Was ist denn das? Oh, ein Luftgeschütz. Wo wollen wir hier hin? Bodenluftgeschütz platziert. Nice. Digger. Pack ich mal lieber ein, Alter. Das ist bestimmt wichtig. Ach nee, geht ja gar nicht. Da muss irgendwo noch ein Papierchen sein. Was heißt das? Ach Digger, gehen wir doch nicht auf den Geist. Lauf ich da hin? Ich schnauze voll. Ja, das ist schon was besseres. Roger, ich bin am Eingang. Verstanden. Geh rein. Wiederholt. Zurück. Verlierer Signal. Oh, das sieht gut aus. Das ist sicher Heli über dir in der Luft. Kein Reaktor. Lässt seine runter. Wir haben uns was gefunden. Sie haben Sekundärle-Echtraktion. Wir müssen sie aufhalten. Station. Konifizieren schafft Kanister aus dem Boden. Ich bin��'s. Und dass Ihr Interesse hint. Das sind Pickel. Ich bin church noch ein. Das war. Überdessen. Scheiße! An alle Stationen! Conny extrahiert Chemiewaffen! Conny hat das Gas im Heli! Wir verlieren sie! Watcher, kannst du sie outen? Bin dran, Ghost. Augenblick. Hier ist sechs. Reaktor ist versiegert. Bin eingeschlossen. Laut Aufklärung betreten Conny-Leute den Reaktor. Gehoben kann ich nicht bleiben. Keine Deckung! Tut mir eine sichere Position. Bin klar! Achtung! Conny ist eine höhere Stellung ein! Conny war nichts hinter nuklearem Material her. Wahnsinnig! Chemikalien waren hier gelagert. Ich muss woanders hin. Komm ich schon jetzt auf die andere Seite, Digga. Hier oben gibt es keine Deckung. Ich bin hier ungeschützt. Ich muss weg. Ja, Digga. Wohin denn die Scheiße hier? Gefallen Verzug, Bravo. Ich muss aus der Deckung und nach oben. Aber wie ihr sagt, in der Nähe. Ich seh nicht, wo es hier lang geht, Digga. Was wollen die von mir? Ich komme nicht höher. Bravo, wie ist euer Status? Wir sind uns Ketten. Wir sind oben. Bitte verarscht ihr mich? Greif nach dem Seil. Kommt Gas, kommt. Packt ihr das Seil, Captain. Oh, Alter. Ekelhaft. Oh. 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 Bleib meine Hand. Hopp. Zieh. Wir haben dich, Cap. Halte durch, Cap. 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 Halte durch, Cap. Scheiße. 6-2 an Watcher. Er braucht sofort Hilfe. Morgen, Sir. Schön langsam, Cap. Du bist dem Gas entkommen, aber du musst dich erholen. Bin okay. Kopfschmerzen? Übelkeit? Immer. Ihm geht's gut. Ich hatte Angst, dein Gesicht würde zerfließen wie bei den anderen am Schwein. Wenn du mich fragst, wäre das eine Verbesserung. Conny hat die Chemikalien. Richtig geraten. Makarov ist seit sechs Stunden draußen und uns schon voraus. Was verdammt ist denn dem Gas? Reste von Barkovs Programm. Sarin. Hoch konzentriert. Viel tödlicher. Ein Behälter hat das ganze Gebiet verseucht. Sie haben noch genug, um ein ganzes Land zu töten. Und jetzt? Ist es in Fahrers Hinterhof? Finden wir sie. Laswell. Es waren chemische Waffen. Makarov hat hochkonzentriertes Sarin-Gas. Habt ihr es sichergestellt? Negativ. Der Käpt'n wäre fast draufgegangen. Wo ist er? Ich bin hier, Laswell. Wo sind die Raketen? Ich habe Fahrers Raketen zu einem verlassenen Bunkerkomplex verfolgt. Gebaut im Kalten Krieg. Wir kennen diese Bunker. Genau wie Fahrer. Warum braucht Conny ein Silo für mobile Raketen? Gute Frage. Wir teilen uns auf. Ich treffe Fahrer beim Ziel. Wir verteilen uns und durchsuchen den Komplex. Wir müssen diese Raketen sichern. Gut. Ich breche nach Arkloff auf und treffe einen Kontakt, der uns vielleicht helfen kann. Kastowianische Militärbasis. Wie kommst du lebend rein? Vorsichtig. Ich melde mich, sobald ich kann. Wir sehen uns hinterher. Gute Jagd, Bravo. 6 an Ghost. 6 an Ghost. Am Sammelpunkt, wie sieht's aus? Bin am Ziel bei Charlie. Du hast Alpha, Kilo nimmt Bravo. Raj. Sekunde! Verdammt, Fahrer. Wirkst nervös, alter Mann. Russland ist zurück in Uzikstan. Es sind Söldner. Die Conny-Gruppe hat gestern in Norden Chemikalien geklaut. Und morgens meine Raketen. Er hat nur 24 Stunden, seit Wladimir Makarov aus seinem Knast spaziert ist. Flatter Kerl. Er macht verlorene Zeit, Wett. Abmarsch. Woher waren die Raketen? Shadow Company. Die Shadow Company hat nicht so viel Feuerkraft. Das sind Laufjungen in Kampfwesten. Und Alliierte. Die haben mein Team angegriffen. Commander Gravest hat das. Er bekam den Befehl, ja. Von wem? General Shepard. Hat Shepard dir die Raketen geschickt? Meine Waffen gehen nur mich was an. Er ist sehr gefährlich, Fahrer. Das sind wir alle, Käpt'n. Hör zu. Ich will dich nicht anlügen, aber ich kann dir nicht alles sagen. Du nennst es vertraulich und ich geheim. Mein Land wird wieder belagert. Mein Bruder warnt uns. Da hängt viel mehr dran als Ozykstan. Dann helfen wir einander. Wie immer, du musst mir vertrauen. Aber klar. Gut. Wir resähen uns dann. Alle Stationen, Bravo 6 auf Position. Kilo? Kilo ist bereit. Verstanden. Brunhoff Station. Du und Fahrer seid verbunden. Bestätigt. Rechlich Russen können hier deine Armee nach Ozykstan verlegt. Keine Raketen in Sicht. Dann sind sie in den Bunkern. Wir sehen einen Zugangspunkt, Mark. Kehre ihn. Du wirst eine Schlüsselkarte brauchen. Fahrer hat recht. Wir haben in unserem Sektor einen Offizier mit Schlüsselkarte ausgeschaltet. Druck ein rotes Barrett. Roger. Rotes Barrett. Ich habe einen bei den Stallbauten neulich am Eingang entdeckt. Rotes Barrett. Das ist mein Ziel. Gut. Verfolg ihn und beschaff dir seine Schlüsselkarte. Öffne damit die Tür. Und du? Ich kenne noch einen Weg rein. Okay. Bleib in Kontakt. Wir sehen uns drin. Jetzt bin ich im Grün. Das sieht ganz nett aus. Aber wir werden jetzt mal die Grafik noch höher stellen. Indem wir den Streaming Shit anmachen. In der Hoffnung, dass das Game dadurch noch besser aussieht. Streaming Texturen rein. Rein. Limits. Gibt es nicht für mich, Alter. Wo kommen wir denn da hin? Digi, 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 digi. Warte, meinst du nicht die Qualität einschalten irgendwo noch, Alter? Was ist das? Für große Karten. Hinweis, diese Einstellung kann nur im Hauptmenü geändert werden. Muss ich mal hier rein. Brecht euch doch kein Abwehr. In jedem Game geht es heutzutage, aber hier natürlich nicht. Normale Qualität. Euch auch gleich normale Qualität, Alter. So, also jetzt ist noch mehr als extrem. Gut, verfolg ihn und beschaff dir seine Schlüsselkarte. Öffne damit die Tür. Und du? Ich kenne noch einen Weg rein. Okay. Bleib in Kontakt. Wir sehen uns drin. Sieht genauso aus wie vorher, aber... Was soll ich sagen? Hier von der Bergseite herunter. Im Feld kommst du vielleicht unentdickt voran. Genau. Ach, das ist unentödlich. Sechs, die Drohne ist noch aktiv. Nutze sie, wenn du sie brauchst. Braucht sie auf jeden Fall, ey. Von hier kann man eigentlich easy rein. Und dann da durch. Aber wo ist das Auto, Alter? Wo ist der Typ mit der Armbinde? Der war doch irgendwo da hinten oder so. Ich glaube, da war er. Ich glaube, da vorne am Auto. Das heißt, wir gehen... Da rechts rein, die. Keine Deckung rechts. Können wir zoomen? Zwei auf einmal. Ach, Digga! Also, das ist ja krass. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das da zu lange dauert. BTF! Konny bewacht, das hofft nur. Ich würde dich schießen, vielleicht gibt es einen anderen Weg hinein. Oh, Felsen. Was ist das? Überwachung erledigt. Keine Schalldämpfer. Einer weniger. Ja, alle Teile bei Release jeweils. Hat er sogar den Crysers Rucksack damals und den für über 300 Euro vertickt oder noch mehr. War eine krasse Zeit. Sieht wirklich fotoradistisch aus, wenn er so das Gewehr sieht und so weiter. Das ist richtig krass, Alter. Das ist Premium. Möller. Was ist denn da? Noch einer gefallen. Ich bin durch den Perimeter. Roger, such den Offizier. Hol die Schlüsseltaste. Na ja, die Hettys sitzen inzwischen. Ein bisschen Eingewöhnungszeit, dann geht das. Wenn du The Finals gezockt hast, dann ist dein Skill komplett zerstört. In der ersten Zeit für Call of Duty. Das ist ja so krass, so heftig habe ich mir das nicht vorgestellt, dass ich mich in den paar Tagen so krass an The Finals gewöhnt habe, dass ich hier da sitze, also ob ich das allererste Mal in meinem Leben Call of Duty zocke. Das ist so krank. Dass ich keine Raketen einfach mal raufballern kann. Na ja, ich sehe nichts. Ich sehe nur den Einstiegspunkt, da gehe ich noch nicht drauf. Leute, sind die da draußen, ey. Hammerhart. Ich stehe von hier aus. Ich will die weg haben von meinen Seelenfrieden. Waren die nicht da? Egal, wo ist das jetzt? Daneben gehauen. Ich fühle mich wie in der Schweiz, Diggi. Ja, wir sind die. Jetzt. Wo zum Teufel ist die Karte, Alter? Benutze die Schlüsselkarte. Junge, ich weiß, Mann. Wo ist denn der andere Typ? Habe ich den schon gekillt? Er war irgendwo da hinten, wo das Auto ist. Und hier kommt die dicke Rakete raus, würde ich schon mal denken. Ich kann doch nicht mal damit rumfahren, ey. Hammerhart. Na ja, dann gehe ich jetzt rein. Alles drauf. Ich bin drin. Vorsicht, alter Mann. Die wissen jetzt, dass die hier sind. Bestätigt. Finden wir diese Raketen. Ich meine, dass das so ist, ist eine gute Nummer. Ah! Ah! Nun braucht er so mal zwei Schüsse. Wissen. Jetzt brauche ich ja nicht mehr die Scharfschützengewehr, glaube ich. Es ist ja noch eine Möglichkeit, die Waffe zu modden irgendwie. Ich gehe mal ganz kurz in die Einstellungen rein. So wie bei Crysis, dass man die Waffe kurz hinhältet. Das kann man Detail ausrüsten, aber ich glaube, das geht nicht. Nee, geht nicht. Warte. Oh, das habe ich mit Battlefield verwechselt. Und das war jetzt nicht schlau. Ich glaube, ich komme jetzt nicht mehr weiter. Oh, ein Scheiß. Gott sei Dank. Das wäre ja wirklich mehr als peinliche Wesen. Oha. Was ist denn das, Alter? OAS-Kassetten? Die gibt es noch. Hinten, lol. Oh, Degi, mach doch nicht so lang, Alter. Die Animation dauert ja zehn Jahre. Nicht drauf, deswegen. Alter. Kann ich wahrsehen. Weil der drei Jahre, Junge, weidet der den Gegner aus, ey. Ich kriege zu viel, Junge. Einmal zu lang drauf gedrückt, ey. Das kannst du dir nicht ausdenken. Ich folge dir. Bracke dich hier. Ich will mich. Pass auf dir, ich bin auf. F*** dir. Immer mehr. Du. Oh, Mann. Ich will dich. Ja, ich will dich. Stoße nach oben vor. Haben die was Besseres? Ich will dich. Ja, der Treffer-Feedback ist nicht mehr so saftig wie beim Zweier. Wir versuchen die Rakete zu starten. Wir müssen durch diese Räume. Können wir den Start mit diesen Computern verhindern? Negativ. Ich brauche Zugriff auf den Steuerungskasten an der Rakete. An der Rakete, halt dann natürlich. Zum Silo ist am Ende des Sticks. Wenn wir es zur Rakete schaffen, kann ich sie vielleicht entschaffen. Die Stadtplattform befindet sich hinter dieser Tür. Verstanden. Sie ist zu. Ich mache sie auf. Warte. Hier bleibt ja auch nichts anderes übrig. Raketen mit dem müssen Sprengköpfen. 7-1. Wiederhol das. Verdammte Scheiße! Tür ist offen. Hier, gehen wir. Wir haben eine Kräte in der Schacht. Warte eines Pätschens ab. Wir sichern. Die Rakete. Sie werden sie starten, Käpt'n. Fuck. 0-6 kommen. Käpt'n, hörst du mich? 6 hört. Conny hat die Sprengköpfe mit Makarovs Chemikalien bestückt. Sie werden starten. Meine Raketen. Meine Flagge. Mein Land. Wer will, dass die Verdier die Schuld gibt? Mit diesen Raketen schafft er das auch. Die Chemikalien. Diese Rakete hat sie auch. Fahrer. Das sind deine Raketen. Es muss einen Weg geben, sie zu entschaffen. Gibt es. An den Steuerungskasten. Wir machen das zusammen. Bin drin. Bereit. Moment. Ich spreng mich wieder selbst in die Luft. Ich hab so ein Feeling, die gibt. Oh, kacke. Was? Wir schließen die Schutztüre und sprengen. Und dämmen die Chemikalien im Bucke ein. Ja. Geh zur Oberfläche, such die Schutztürsteuerung und schließe sie, Käpt'n. Wo wirst du sein? Ich gehe in Deckung und halte den Start auf, solange ich kann. Geh, sofort. Conny, acht auf Kontrolle. Ja, nicht doch schon wieder. Ich werde beschossen, du dumme Sau. Alter, das ist doch nicht euer verfickter Ernst. Ey, das kann doch nicht sein. Das ist der fucking leichte Schwierigkeitsgrad. Ihr wollt mich ins Grab bringen, Alter. Das ist bodenlos. Wo denn los, Digga? Kommt da so ein Scheißer an, ey? Keine Raketenwaffe. Ah ja, Digga. Oh, Baby. Bucke bratzig dir. Sau, jetzt geht. Sieht das da fast gar nicht, weil das alles dunkel auf dunkel ist, Alter. Wir haben keinen Namen über dem Kopf, ey. Mal nachladen. Hier ist echt kein Raketenwerfer oder so. Ich muss die echt so... Digga, jetzt. Come on. Ja, Digga. Hallo, Deckung. Wollt ich Deckung oder was? Alter. Alter. Fuck. Oh Scheiße, ich habe einen Counter, das habe ich gar nicht mitbekommen. Wann ist denn der da, Alter? Falsche Waffe, ist aufgeschissen. Geht nicht. Ja, ja. Junge, wo ist der Rack, Digga, wo ist der Rack? Erreiche den Kontrollturm. Was ist denn für ein verfickter Kontrollturm, Digga? Wo ist der, wie sieht der aus, Digga? Ist das ein Kontrollturm da oben oder was? Ich hoffe, das ist ein fucking Kontrollturm. Was denn jetzt? Feinde sind zu nah, Alter. Ist das euer verfickter Ernst? Oh mein Gott, ey. Ich drehe am Rad die Scheiße hier. Wo sind die Ficker? Jetzt ist es hoffentlich der Letzte gewesen, ey. Ich krieg einen ab, Alter. Kilo, schließe die Schutztür, jetzt! Ach, nö. Kilo. Fahrer, hörst du mich? Fahrer, kannst du mich hören? Laut und deutlich. Rakete entschärft, Sprengung geglückt. Chemikalien eingedämmt. Roger. Bravo, gib mir Bericht. Es ist zu spät, Käpt'n. Conny haben die Steuerung umstellt. Was heißt das, Gas? Zwei Raketen. Starten jetzt nordwestlich von euch. Nein. Nein! Kate! Verdammt. Nein. Sechs an Roger. Sechs an Roger! Kate? Laswell, bist du da? Hier ist sechs, hörst du mich? Es sind zwei Raketen unterwegs zur Arklow-Basis. Mit chemischen Sprengköpfen. Wenn du da bist, raus! Sofort! Nick! Nikolai! Lesbeth! Ähm, top! Makarov? Du weißt es schon. Nur weil er es so will. Denkst du, er arbeitet für den Kreml? Würde mich nicht überraschen. Ich kenne jemanden, der es wissen könnte. Flieg mich hin. Wohin? Arklow-Militär-Basis. Die ist schwer bewacht. Kriegst du das hin? Wegen Makarov. Ja, klar. Ich muss rein und wieder raus. Könnte schnell brenzlig werden. Brenzlig ist mein Spezialgebiet. Das ist, was ich befürchte. Und ein Kontakt? Yuri Volkov. Yuri lässt sich bezahlen? Nie auch nur eine Münze. So ist er. Wann fliegen wir? Jetzt gleich. 100 Euro, Brie. 100. Wir müssen tief sein. Unter dem Radar. Ganz genau. Noch eine Meile. Geh kein Risiko ein. Setz mich nur ab. Ich ruf dich nachher. Roger. Bin bereit. Fisch doch. Watcher an Yankee, habe Blick auf die Basis. Nähere mich jetzt. Verstanden, Watcher. Jetzt wird es ernst. Verhalte dich unauffällig. Ich stecke sie weg. Schlau. Scheidämpfer sind für Attentäter. Dies ist eine diplomatische Mission. Es ist nicht leicht, ohne Waffe im Anschlag in eine feindliche Basis zu spazieren. Das reicht. Yuri sollte dir seine Position übermittelt haben. Beschädigt. Arklow-Verwaltungsgebäude. In der Nähe des Hangars. Suche einer Satellitenschüssel auf dem Dahn. Verstanden. Schüssel auf dem Dahn. Juri's Delegation wird nach ihm suchen. Es muss schnell gehen. Rein und raus. Niemand wird verletzt. Ich kenne Arklow gut. Sag mir, was du siehst. Dann helfe ich so gut ich kann. Und helfen, Alter. Was soll ich nicht machen? Wir waren Leute, ey. Yes. Ich habe eine gescheuerte Idee. Ja, komm. Ja. Ja. Ja, der ist blind und guckt in meine Richtung. Gott sei Dank. Ich suche das Verwaltungsgebäude. Zwei-stöckige. Rattern-Schüssel auf dem Dahn. Ich muss sie abschütteln. In dem Hangar. Fahrten sollten. Wenn die in Sicherheit flaggen über Glas-Schübetüren. Soweit ich mich erinnere. Ich bekomme ungewollte Aufmerksamkeit. Okay, das ist ein Rattern-Schuss. Ja, Digga. Wie soll denn das gehen, Alter? Da ist doch alles voll gewesen. Muss ich killen, ey. Oder kann ich von woanders hier das irgendwie machen, ey? Ist hier irgendwas? Ja, ich muss da lang. Ich bearsche mich doch, Digga. Mein Knablo, Junge, mein. Niemand wird verletzt, ey. Ihr habt doch echt zu viel gegurgelt, Digga. Aber frag mich nicht was. Ja, guck, Alter. Der kommt wahrscheinlich auch noch raus. Nee. Kräftig. Nein. So ein Scheißer. Wie alarmiert? Wegen mir oder was? Kommt da jetzt noch was? Ich suche das Verwaltungsgebäude. Zwei stückige Satellitenschüssel auf dem Dach. Neben dem Hangar. Vorne sollten Wachen stehen. Flaggen über Glasschiebetüren, soweit ich mich erinnere. Okay, Satellitenschüssel auf dem Dach. Juri macht es mir nicht leicht. Das ist ein Test. Ist es das nicht immer? Also ich vermute, dass ich so aussehe wie von denen. Aber wenn die zu nah rankommen, dann fällt ihnen auf, dass es nicht richtig ist. Die Tür geht nicht auf. Das heißt, ich muss erst mal warten, dass sie vorbei sind. Das heißt, ich weiß nicht. Kann nicht sein, oder? Kann auch nicht sein. Was ist denn das für eine Mission, Digi? Geht gar nicht. Wie willst du denn das machen, Alter? Ohne zu attackieren. Wie soll denn das gehen? Wie soll denn das gehen, Alter? Das geht doch gar nicht. Wie kann man auch nicht raufspringen? Hast du Schrauben in der Birne? Geh einfach zügig an denen vorbei. Verarschst du mich? Das geht? Natürlich wusste ich, dass das funktioniert. Ich kenne mich ja aus. Das ist McClendon-7 hier, wo der Skill zu Hause ist. Nähere mich dem Eingang, Nick. So weit, so gut. Hab ein Problem. Ich brauche eine Schlüsselkarte, um reinzukommen. Dann nimmst du dir rein allein. Bitte, ein Offizier hat einer. Jeder, der rein oder raus geht, muss einen haben. Stimmt. Halte Ausschau nach einem Offizier, der das Gebäude verlässt. Ich sehe einen Major rauskommen. Er ist nicht allein. Warte, bis er allein ist und du was Nötiges ist, um an seine Kante zu kommen. Der Major geht weg. Die Treppe hoch in ein Büro. Vielleicht erwischst du ihn da alleine. Sie sind misstrauisch. Giga! Giga! Er ist ausgeschaltet. Da ging ich anders. Ah. Alter. Das ist einfach bodenlos. Navlo. Sagt der TM-Auto, dann ist es gleich am Start. Ich bin kompromittiert. ich muss sie abschütteln. Er ist ausgeschaltet. Alter. Was ist das? Der Major geht weg. Die Treppe hoch in ein Büro. Der Major geht weg. Die Treppe hoch in ein Büro. Der Major geht weg. Der Major geht weg. Scheiß doch den Major dicht, Junge. Sie sind misstrauisch. Ich bekomme ungewollte Aufmerksamkeit. Ich bekomme ungewollte Aufmerksamkeit. Er ist ausgeschaltet. Die Leiche kann man nicht wegschleppen. Er hat sich für's Team geopfert. Es musste sein. Das geht auf Makarov, nicht dich. Ich hoffe, was Juri hat, ist es das wert. Scheiße. Die Leiche kann man nicht wegschleppen. Oh mein Gott. Der Major geht weg. Die Treppe hoch in ein Büro. Scheiß doch den weg, Junge. Sie sind misstrauisch. Ich bekomme ungewollte Aufmerksamkeit. Wenn du losballerst, wird es hart. Du musst Juri finden. Er ist ausgeschaltet. Ziel eliminiert. Hab ne Schlüsselkarte. Er hat sich für's Team geopfert. Es musste sein. Das geht auf Makarov, nicht dich. Ich muss sie abschütteln. Weg da. Versuch sie abzuschütteln. Ich hoffe, was Juri hat, ist es das wert. Ja, Digger. Warte, bis er rauskommt, Dill da. Ja, aber ich glaube... Die Treppe hoch in Einwirkung. Vielleicht erwischst du ihn da alleine. Wenn du losballerst... Sie sind misstrauisch. Wenn du losballerst, wird es haare. Du musst Juri finden. Watcher, wie läuft es? Du brauchst die Schlüsselkarte. Negativ. Noch keine Schlüsselkarte. Er geht zu einem Ausrüstungsraum. Wenn es sicher ist, schalte ihn aus und nimm die Karte. Juri wartet. Er ist ausgeschaltet. Ziel eliminiert. Hab eine Schlüsselkarte. Er hat sich fürs Team geopfert. Es musste sein. Das geht auf Makarov nicht. Ich hoffe, was Juri hat, ist es das wert. Wo jetzt? Ich bekomme ungewollte Aufmerksamkeit. Flieg nicht auf, Lesber. Ich bin drin. Juri sagt, er sei in einem Lagerraum die Gang rechts vom Eingang runter. Haps. Wie sagt er? McRain is having, aber der Skill zu Hause ist. Juri. Watcher. Bin beeindruckt, aber nicht überrascht. Probleme? Ich hoffe, es ist Ihr Opfer wert. Was hast du? FSB-Akten zu Barkovs Forschung. Gute Nacht. Chemische Waffen. Als Soldat war Makarov davon fasziniert. Kann man sie neutralisieren? Ich gebe dir alles, was wir wissen. Wieso? Russland und der Westen werden beide von innen bedroht. Nur zusammen werden wir die Lage in den Griff bekommen. Der Feind meines Feindes ist mein Freund. Nikolai sehe es sicher genauso. Ein wahrhafter Patriot. Der Kreml steckt nicht hinter den Chemikalien. Trotzdem arbeitet Makarov vielleicht mit Moskau. Es gibt Extremisten in beiden Regierungen. Wiederholen, Bravo. Ich kann dich kaum hören. Die ist sechs. Hörst du mich? Es sind zwei Raketen unterwegs zur Arklop-Basis. Mit chemischen Sprengköpfen. Wenn du da bist, raus, sofort! Vielleicht hat er es ist es nicht. Wir müssen weg. Wir dürfen es nicht zusammenziehen. Das Problem platzieren. Vorerst. Raketenangriff. Chemische Sprengköpfen. Geh nach oben. Du eine Dich-Aus-Danz-Zeig-Tradition. Wann bist du damit? Kreise hier. Ganz schnell. Nein, Fleschmer. Hier ist Yuri bei dir. Negativ. Wir haben uns getrennt. Er ist Überlebenskünstler. Wie du. Kletter jetzt die Leiter hoch. Schnell. Die Wolke steigt hoch. Die Leiter, Fleschmer. Ich bin unterwegs nach oben, Nick. Warte auf mich. Ich bin hier, Lester. Hier fliege die Sprengöpfen in der Welt. Ich bin hier. 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 Alles gut? Ja, nichts wie weg hier. 5.30. Man geht von 158 Toten und über 200 Verletzten in der kastowianischen Basis aus. Mehrere Explosionen bei einem mutmaßlichen chemischen Angriff waren kilometerweit zu sehen. Der Kreml beschuldigt Urzikstan dieses, Zitat, brutalen und unverzeihlichen Angriffs und verlangt, dass auch andere Staatsoberhäupter die ULF als Terrororganisation einstufen. Und auch verbrechen die Quere irgendwas an. Urzikstan ist schon seit Jahren ein Terroristen-Hotspot. Doch was wurde dagegen unternommen? Absolut gar nichts. Die ULF kann schalten und walten und hat, nach allem, was wir wissen, waffen in Schlagdistanz von Moskau. Ist unsere Sicherheit noch garantiert? Dramatische Musik Dramatische Musik Ich habe einen Bewerb, Sie können die Räume aufbauen. Jetzt wird Ihnen ein Abend geben. Die Räume, Sie können die Räume aufbauen. Das ist schön. Was ist das? Das ist alles. Hm. Ich habe eine kleine Frau von meiner Frau. Du bist eine Frau. Wie hast du dich? Du bist eine Frau. Du bist eine Frau. Ich weiß nicht mehr. Ich weiß dich, Samara. Du bist ein Mitarbeiter im ULF. Du bist eine Frau. Ja. Ich bin der Name. Ich bin der Name. Ich bin der Name. Wir werden uns über die Fahrer gehen. Wir werden die Fahrer gehen und die Fahrer gehen. Du bist auch. Ich bin der Mann. Genau so sehen Terroristen aus. Das sind die Terroristen. Genau so sehen die aus. Ach so wie es ist. Ach so wie es ist. Ich bin der Mann. Ich bin der Mann. Was zum Teufel. Das ist noch nicht der Mann. Oh. Du kommst an meiner Frau. Dann kommst du es zusammen. Es geht darum, wer du bist, Samara. Was wird das? Geschichte. Nimm mir das Ding ab, du dreckiger Hurensohn! Was du hier tust, macht eine Heldin aus dir, Samara. Keiner wird das glauben. Ich bin keine Terroristin. Nein. Du bist eine Soldatin, inspiriert von Pfarrer Karim zum Kampf gegen Russland. Eine Freiheitskämpferin. Bist du Russe? Das Flugzeug ist voller Russen. Wieso tötest du eigene Leute? Nein, ich tötte sie nicht. Du tust es. Wir sind unter 8000 Fuß, Kommandant. Leu, ich stehe nicht, Samara. Leu. Wir sind eine Feuerstuhl. Wir können das stoppen. Weißt du, Terroristin? Nein. Was ist das für den? Wieso? Was ist das für den? Was ist das für den? Oh, nicht so. Händen Sie mir! Ich brauche das Handy! Wir müssen die Bumpe entschärten. Was ist das? Ich muss an das Telefon! Das Handy! Geben Sie es mir! Wir erhalten Berichte vom Absturz eines russischen Passagierflugzeugs in den Bergen von 7 Jahren. Wir behörden vermuten, dass der Absturz vorsätzlich verursacht wurde. Wir schenken in einen Ungeklärten, der für die weiteren Ermittlungen unerlässlich ist. Videos von Passagierhandys könnten ebenfalls weitere auflösen. Nach einem Raketenangriff auf die Arklov Militärbasis. Die Situation erlitt erhebliche Verluste durch die rechentliche Ärzte. Es könnte eine Verbindung zwischen den Vorfällen bestehen. Das trägt ganz klar Makarovs Anschrift. Er hat in 72 Stunden mehr Schaden angerichtet als Conny in 5 Jahren ohne ihn. Das Flugzeug stürzte in meinem Land ab. Das war kein Unfall. Ich muss zur Absturzstelle und es beweisen. Die CAO-Daten zeigen, dass es ein Flug von Kastovia nach Sochi war. Kontakt brach in dieser Region ab. Das reicht mir. Du musst dort sein, bevor die Behörden eintreffen. Um die Behörden mache ich mir keine Sorgen. Die Engel schreie. Das wird erläutert und erinnert. Der Licht geworden ist. Die Schaden sind in diesem Fall. Die Schaden wurde noch schon möglich. Ich bin erinnert. Und die Beobachter bald machte. Ich bin erinnert. Die Schaden? Ich bin erinnert. Du bistfan. Ich bin erinnert. Ich bin erinnert. Die Absturzstelle ist da unten. Ich sehe sie. Arme Seelen. Jemand war schneller. Russische Söldner. Konigropa. Makarov. Er wird es uns zuschieben. Wir müssen rausfinden, was passiert ist. Unsere Unschuld beweisen. Die machen uns nicht zu Terroristen. Nie wieder. Was hast du vor? Ich gehe da runter. Pfarrer, das sind mindestens 20 Söldner. Wie kann ich dir helfen? Überwachung. Gib mir von oben Deckung. Ja, Mann. Bist du in Position? Ja. Sie haben mehrere Conny-Trupps, die das Wrack durchsuchen. Sie scheinen die Absturzstelle zu sichern. Die ULF war das nicht. Wir müssen etwas finden, um das zu beweisen. Das wohl hat Signale im Gebiet gescannt. Wir können Passagierhandys aufspüren und nach dem Flugschreiber suchen. Verstanden. Bin dran. Ich sehe dich. Ich gebe dir Deckung und zeig dir, was ich von hier sehe. Diese Männer sind in meinem Land nicht willkommen. Lass es sie wissen. Das habe ich vor. Stoße vor. Ich sehe dich. Jede Menge Patrouillen vor dir. Ich habe hier Conny-Vollräte. Nutze sie gegen sie, Killer. Das habe ich vor, Echo. Wie ist das denn? Digga. Wie ist das? Oh, ich gebe dir Rückendeckung. Ach, was war nur die. Oh. 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 Diese Scheiß-Sicht, ey. Ich hasse das, im Dunkeln rumzumachen. Digga, wollt ihr mich verarschen? Was ist denn das? Wurfmesser. Das ist Standard. Das ist Standard. Standard. Nächsten ist es eine Missions-Dingens. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Das wohl hat Signale im Gebiet gescannt. Wir können Passagierhandys aufspüren und nach dem Flugschreiber suchen. Verstanden. Bin dran. Ich sehe dich. Ich gebe dir Deckung und sag dir, was ich von hier sehe. Ein Conny weniger, der Ärger macht. Ich gehe nicht daun. Ich gehe nicht daun. Das war knapp. Aber ich denke, sie haben dich verloren. Ich gehe nicht daun. Ich gehe nicht daun. Ich gehe nicht daun. Ich glaube, das Ding ist noch dicker. Guter Schuss Kilo, keine Probleme, du kannst weiter. Das Peilgerät hat dort ein Signalfahrer, sieh dich um. Das ist schon das leise Ding, Alter. Ausmachen? Ja, komm, unzerstörbare Grotze. Ja, Digga, wieso kann man schon in Metal Gear Solid, Alter? Vor 20 Jahren konntest du die Lichter ausschalten, Digi. Ups. Ja, Ding. Ja, die gehen nicht kaputt. Ich gebe dir Rückendeckung. Ups, Kacke. Das ist ein Schub, der denn? Ist ja gar nicht kaputt, Digga. Okay. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. alter wie stabil ist das krass weitere feindliche verstärkung ist unterwegs zu dir am arsch ist zu mir ja Ich habe ein Handy. Ich hoffe, es hilft. Kontakt, schicke Video. Sag mir, was du siehst. Sie rufen auf Russisch, dass jemand eine Waffe hat. Es ist deine Frau. Du hast dir Zeit verschaft, aber es nähern sich weitere deiner Position. Such weiter, Kilo. Das Peilgerät zeigt ein Signal in der Nähe. Bestätigt. Ich sehe eine Frau mit einer Waffe. Samara. Sie. Zu meinen Leuten. Ist das sicher? Ja. Sie würde das nicht tun. Pfarrer, Menschen verändern sich. Dein Bruder. Es ist was anderes, Alex. Ich sehe meine Soldatin Samara in einer Bombenweste. Das wäre natürlich keinen Sinn. Das ist deine Waffe. Das ist deine Beste. Ich habe ein bisschen Sängst gefasst. Nein! Das ist alles hier. Das ist die Waffe. Das ist die Waffe. Das ist die Waffe. In Ordnung. Der Flugschreiber ist da, Jürgen. Wir brauchen die Daten. Konny formiert sich neu. Keine Zeit zum Ausholen. Der Flugschreiber könnte wichtige Daten liefern, Commander. Finden wir ihn. Das Signal sagt, du bist an etwas dran. Könnte die Black Rock sein. Achtung, Pfarrer. Konny Verstärkung ist zu deiner Position unterwegs. Wo ist denn jetzt das Ding? Ich bin mein Flugschreiber. Ich habe den Flugschreiber. Ich lösche die Daten. Konny darf sie nicht gegen die OLF einsetzen. Auf jeden Fall. Lösche alles, Kilo. Mehr brauchen wir nicht, Pfarrer. Das Gebiet ist sauber. Verschwinden wir. Wir treffen uns am Infiltrationspunkt. Verstanden, Commander. Beifahrt! Kilo. Ich hole mich. Los. Komm, nimm jetzt! Ich entdeckte! Lass! Wo bist du? 3-1 zu gemelden. Echo 3-1. Hörst du mich? Kontakt! Sicher, Mann! Ich werde dich finden. Kack, Junge. Wo muss ich hin? Nach, Junge! Geh, komm runter! Alter! Ich habe auch die schwerste Dinge am Start, was geht, ey. Ich habe auch eine Rolle enjoyed. Ich habe die Hand. Hier geht's. gar nicht heute habe ich genug und scheiß ich muss da rein okay holand da ist noch was meine position sie haben mich entdeckt wo bist du so hoffentlich habe ich mir jetzt gemerkt wo diese kackbratzen sind denn ich bin voll also geht doch ich halte mich auf distanz lasse ich diesmal nicht erwischen kann ich nicht versprechen eine frühere ulf soldaten mit einer sprengweste in einem russischen flieger sie zwangen sie da bin ich sicher samara eine gute kämpferin sie stieß während der besatzung zu mir aber ihre familie ging vor was war an der absturzstelle sie haben beweise gegen uns platziert und den rest eingesammelt wir töteten fehler und nahmen die handys und die black box habe alles gelöscht schlau so kann makarov nicht die wahrheit verdrehen wenn connie agenten an bord waren sind sie irgendwie entkommen makarov hinterlässt keine spuren manche werden glauben die ulf sei verantwortlich dank dir gibt es keine beweise man wird spekulieren aber du hast makarov gut ausgespielt das genügt nicht Alex verfolgt connie wenn sie in ursicht stand sind findet er sie verstanden wenn ich mich mit eins für eins treffe wirst du erfahren was wir wissen und fahrer ja alles will tut mir leid wegen samara mir auch wie hattet ihr euch sind noch hier meine bräder wie geht's dir hier noch so jetzt besser captain verschießen ultra nationalisten security aufnahmen vom flughafen er hatte ein boarding pass für flug 7 6 1 falscher pass oder insiderjob wohl eher ihr ging einfach durch das war ein spaziergang scheiß makarov was haben fahrer und annex nicht genug für beweise dieser bastard bestückt amerikanische raketen mit chemiewaffen und tötet eigene leute zivilisten und die schuld gibt der fahrer und den usa ihr spielt mit dem feuer fortsfleck operation er will krieg ost gegen west der titelkampf fällt die welt darauf rein kate es fehlt nicht mehr viel wir hatten ihn schon in der scheiß hand wir hätten ihn damals töten sollen was hielt euch ab 노래� aber ich hier auch sind außer Achtung, Makarov und seine Leute könnten noch drin sein. Falls ja, bringen sie ihn raus. Sehend. Verstanden. Wo sind Sanitäter? Rettungskräfte kommen erst rein, wenn der Tatort sicher ist. Makarovs nächstes Ziel könnte die VIP-Lounge auf der dritten Ebene sein. Schöner Scheiß, Mann. Allerdings, Ghost und ich brauchen zehn Minuten, schnappen wir den Kerl. Ende. Makarov hat den Flughafen angedroht, er war das Stadion angegriffen. Was ist da? So ein Scheiß. Oh, was zu wissen. Okay, jetzt sind sie zu schießen. Wir müssen mit allem rechnen. Makarov. Du kennst den Befehl. Es bleibt dabei. Wir schaffen ihn lebend. Und stopp! Weg, los! So ein Scheiß, Mann. Achtung, Achtung! Scheiße! Was für ein Chaos! Das war Makarovs Plan. Polizei! Der Bord! Schnellwürden! Tötung Sivilisten! Alter! Put ihr Armin an! Gebet! Kein Schaden sicher zu geben. Ist das euer Ernst, Digga? Das ist Kollateralschaden, die Scheiße, Junge. Der ist doch drauf geschissen. Na gut, dann lass ich sie eben alle umbringen. Ist ja eigentlich dasselbe, ne? Ich lass den jetzt mit Billen alle killen. Bringen sie mal alle um. Bringen sie alle um, Digi. Hau sie weg. Ist klar, Junge. Jawoll. Kann man sich nicht ausdenken, Digi. Das ist halt auch scheinbar. Oha, das Frettchen ist tot. Gott sei Dank, Alter, so wie das aussieht. Brücke vor. Schöte sie schnell aus. Die Brücke vor. Wechsel setzen Granaten. Schau doch die Zivilisten aus. Schau doch die Zivilisten aus. Alter durch den 100 Vortrag. Wie geht's? Wie geht's auf? Wie geht's? Wie geht's? Das ist halt du kannst nicht ziehen. Heiß drauf, Price, Alter, dein Gute ist stabil. das ist nur in germany so ich schwöre auf alles das ist echt nur so eine deutsche scheiße normalerweise kann man bestimmt alle pläten wenn ich mir da für eine mod runter holen und mir den scheiß noch mal runter zocke hier noch mal durch ein koch für meinen seelenfrieden das ist doch wirklich das letzte mit dem kollateralschaden ja hätte ich die alle blitz schnell beseitigen können aber weil man den kollateralschaden nicht verursachen darf noch nicht mal einen um fünf terroristen zu beseitigen in diesem schwachsinn hier haben wir hart in bewegung ich sehe die treppe auch da warte ich erst mal wir müssen auf ebene drei nach dir schaub rücke zur treppe vor so macht mal alles kalt hier zwei ausgestattet verstanden nächste ebene sache ziele ausgestattet ausgang verschlossen wir müssen da rein der brecher ist am start ich sehe den vip bereich aktivität im inneren achtung nach dir sergeant ich will nicht auf ich will die hände sehen nicht schießen wie seid ihr reingekommen die security hat uns reingelassen zu wem gehört ihr wir wollen ihr leben wochen für hier soldat bitte helfen sie vom inneren kreis wohl recht gehabt seht mal die hatten sprengsätze das hier war ihr nächstes ziel gold eagle sprengladungen im vip bereich keine spur von makarov verstanden bereich sichern rundum ist alles gesperrt wenn makarov weg will muss er schnell sein sind fünf minuten entfernt lassen sie nicht entkommen verstanden die kiefergarage bestätigt sprengsätze sichern dann zum sekundären exfiltrationspunkt verstanden hier wir nehmen den aufzug ziehen haltet ausschau nach makarov vor allem stellen das ist ein zivilist schnell in sicherheit los dann kommt ein fahrzeug in deckung könnte makarov sein raus aus dem fahrzeug aus dem fahrzeug sofort ausgeschaltet ganz vorsichtig das ist weit genug und jetzt keine bewegung durchsuchen sie haben angst kämpfen das sollten sie schnauze auf die verdammten knie und ich rate dir du sagst deinen männern sie sollen aufgeben dafür wurden sie nicht ausgebildet das ist mehr eure strategie achte auf ihn an alle wir haben makarov beginn extraktion roger john sie werden um ihn kämpfen darauf zählen wir okay nach links wir sichern die fahrzeuge und rücken vor roger na los sicher bewegung halte makarov in bewegung lass makarov nicht aus dem augen er lauft in eine falle bewegung denkt ihr ihr könnt mit mir hier raus spazieren zur not tragen wir dich raus meine festnahme bedeutet gar nichts sie bedeutet dass du verlierst du lad staust jetzt was wremos sie unter wres Was ist das? Bestätigt. Schnapp dir Makarov und dann los. Ich nehme ihn. Hier sind wir nicht sicher. Wir müssen weiter. Ihr seid nirgendwo sicher. Dein Glück verlässt dich, Makarov. Ich glaube nicht an Glück. Ich glaube an Planung. Hey, ist nur schlechte Planung. Aber einen Weg gefunden, Sergeant. Weiter. Ich bewundere euren Mut, aber verfluche eure Dummheit. Kümmere dich um dich selbst. Jeder Mann ist ersetzbar. Selbst ich. Wir müssen zum Extraktionspunkt. Schnell. Lasst ihr Zeit. Bewegung. Gott, du bist kein Soldat. Du bist ein Kriegsverbrecher. Auch ein medizinischer Helfer. Was hindert dich daran, ihn zu helfen, Sergeant? Du. Das ist deine Entscheidung. Du warst das. Nicht wir. Das sind unschuldige Leute. Niemand ist unschuldig. Blut von diesem Scheiß. Ich bin durch. Die Luft ist rein. Ich sehe den Ausgang. Weiter. Zeit, dich ein paar von meinen Freunden vorzustellen. Oh, wo sind sie? Ganz nah. Weg deinen Arsch. Das sind meine auch. Du hast verloren, sie ist ein. Du denkst immer noch an sie. Ich habe Makarov. Vorhüpfen. Sie greifen an. Ich habe Makarov. Scheiße sie aus. Die Luft ist rein. Beim Tor sammeln. Wir gehen raus. Auf die Knie. Öffne es. Andere Seite. Bleib in hier. Schnell. Gold Eagle, wir sind draußen. Ostseite des Stadions. Wie ist der Status? Bravo 6 sind in Position. Achtung. Feindliche Truppen nähern sich von Norden. Ghost gibt Scharfschützenunterstützung. Verstanden. Treffen am primären Exfiltrationspunkt. Ende. Ich nehme Makarov. Mach den Weg frei. Gebiet sichern, Sergeant. Dann exfiltrieren wir. Pass rechts auf. Ich schieße. Umgelegt. Das ist unser. Wer ist jetzt? Nicht abmachen, du Scheiße. Ich schieße. Ich schieße. Feuerwerk. Nach rechts. Rechts aufpassen. Hier ziehe. Für die Ansicht noch. Ziehe. Linke Seite. Keine Zeit. Treffen. Noch zwei betrogen. Ich schieße. 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 Nein, der ist immer noch da unten. Obdrehen wir. Obdrehen wir. Nicht egal. Aber ein Erwischt. Alles sicher. Keine Bedrohung und Hinsicht. Brücke mit Makarov vor. Bravo 6. Wir leeren. Der Hane ist best. Verstanden. Wir sind auf dem Weg. Samstag. Wir sind auf dem Weg. Wir sind auf dem Weg. Wir sind auf dem Weg. Wir befinden uns. Wir sind auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg. Auch die Wegweine. Simon Riley. Ich dachte, sie bleiben am Flughafen und sterben dort. Wenn du leben willst, bedrohen nicht meine Männer, Wladimir. Sind wir jetzt beim Vornamen? Du kennst also Namen. Jeder kann ein Scheiß, das je lesen. Was ist der Rest deines Plans? Das. Was meinst du mit das? Erstaunlich. Ihr seid dümmere, als ihr aussieht. Ich habe etwas gefragt. Ich habe auch eine Frage. Wie spät ist es? Was zur Hölle interessiert dich die verdammte Zeit? Zeit ist alles generell. An das hier werden wir uns alle erinnern. Einige lieber als andere. Der Flughafen! Er hat uns abgelegt! Verdammter Dreck! Ich schieße das verfickte Hirn raus, Makaro. Ich schwöre bei Gott nicht. Du Ess. Na los! Hülle deinen Maul! Lass mich ihn töten. John, wir haben ihn. Er ist in Gefahrsam und geht nirgendwo hin. Zurück, Sergeant. Ich dachte, ihr werdet die guten Jungs. Dafür schmurrst du in der Hölle. Du stirbst im Gulag mit den anderen russischen Raten. Wir sehen uns wieder. Magdavish. Versprochen. Ich hätte dich nicht aufhörtend sein. Damals war es richtig, Captain. Ja, Damals. Sichere Übertragung. Pentagon-ID. Und deswegen muss man die Juristen immer töten. Setzt dich. Und nicht gefangen nehmen. Immer killen. Kate. Reden wir. Ich habe nach Ihnen gesucht. John. Die Familie beisammen. Umso besser. Was waren Sie? Wladimir Makarov, genau wie Sie. Fahren Sie fort, General. Neuigkeiten zu Makarovs Bankgeschäft. Geht uns am Arsch vorbei. Soap, wer das Geld findet, findet auch ihn. Wo sind die Infos her? Ohne Armee ist das nichts. Wieder falsch, Jungs. Unfucking fassbar. Soap, mich dir gefehlt? Was mich angeht, ich hab dich vermisst. Lesval, verfolg das zurück und ruf einen Luftschlag. Ghost, das ist nicht sehr nett. Was hast du vor? Ich mach meinen fucking Job, das solltest du auch mal versuchen. Mein fucking Job ist Feinde zu töten. Dazu gehörst du. Bleiben wir doch professionell, Jungs. Captain, lassen Sie mich die Lage beschreiben. Sie wollen Makarov im Sarg haben. Und ich hab die Nägel. Und was wollen Sie dafür? Meinen guten Ruf. Ich werde so nicht abtreten. Ich will, dass mein Name rein ist. Sie haben Post, Kate. Ich melde mich. Ich habe Namen und Ort. Ich schicke niemanden auf eine Mission. Das ist keine Mission, das sind Infos. Er ist ein verdammter Lügner, Kate. Bei der CIA, John, erkennen wir Lügen. Und du auch. Captain, deals für Infos kennen wir. Macht keinen Unterschied. Das stimmt. Garrick hat recht, auch wenn ich's hasse. Boss, wir packen das. Johnny, wir beide? Na klar doch. Ihr seht euch vor. Klar? Was haben wir von Shepard? Wie viel davon kam von Graves? Die sind Kompletzen, Jungs. Kriminelle. Zurzeit sind sie unsere Partner. Hab ihre Infos geprüft. Seid gut. Über Makarovs Geldgeberin. Eine Oligarche namens Milena Romanova hat für Makarov jahrelang hinter den Kulissen agiert. Wo ist sie? Eine Privatinsel. Isoliert und abgelegen. Eine Festung im Paradies. Ratet, wer für die Sicherheit sorgt. Conny Kruppe. Die Infos enthalten Baupläne und Bilder von der Oberfläche. Wonach genau suchen wir? Können wir Milena einfach schnappen? Nicht legal. Aber wir können an ihr Geld. Auf der Insel sind Server mit Zugriff auf ihre Bankkonten. Wir müssen die Sicherheitsprotokolle umgehen. Jemand dort hat einen Funkschlüssel. Findet ihn. Damit kann ich mich einhacken. Wir gehen übers Wasser rein und teilen uns auf. Ich hol mir den Funkschlüssel. Ghost sichert den hinteren Bereich. Und die Aufklärung? Ich werde Padrone aus der Luft koordinieren. Mir gefällt, was ich höre. Dann folgen wir dem Geld. Waffe im Anschlag, Johnny. Ein Sturm steht auf. Wie sieht's aus, Jungs? Beim Ziel, Roger. Trennen uns gleich. Ich überwache die Lage von oben. An die Arbeit, Bravo. Was geht los? Verstanden. Das Primärziel ist der Funkschluss. Milenas Sicherheitsoffizier hat ihn erst unsere Zielperson. Soap, er wird auf deiner Seite der Insel sein. Sein Pechtag. Ich finde ihn. Ich verfolge den Standort unserer Zielperson. Das Signal ist schwach, aber wenn er sich bewegt, aktualisiert sich sein Standort. Okay. Ich sichere den Bereich. Bleibe am Funk. Viel Glück, Lieutenant. Ja, das werden wir brauchen. 7-1, find Kontakt auf dem Dock. Ja, das war. Was ist hier? Hier ist ein Schuss. Das ist ein Schuss. Gehen wir. Gehen wir. Gehen wir. Gehen wir. Gehen wir. Gehen wir. Fluchtfahrzeuge am Perimeter bestätigt. Wie viele? Es gibt eine Bucht mit vier aufblasbaren Schlauchbooten. Einen Vogel in der Nähe des Oststrandes. Kaum wachen. Wir können keine Evakuierung riskieren. Schaltet sie aus. Verstanden. Kein Entkommen. Schalt einfach. Das sieht ja wirklich hübsch aus, oder? Das ist ein geiles Boot, Alter. Das war richtig schön holzig. Holzig, Bro. Holzig. Was ist ein Fauch? Puh. Hab die Wachen am hinteren Perimeter ausgeschaltet. Sabotiere alle Boote und Fahrzeuge. Niemand darf rein oder raus, Ghost. Verlass dich drauf. Du musst die Zielperson ausschalten, Sergeant hinterher. Auf dem Weg. Suche den Strand ab. Nach der Auskundschaftung der Insel ließ Shadow Vorräte zurück. Halte Ausschau danach. Verstanden. Könnten sich als nützlich erweisen. Verdammt großes Boot. Mit Geld kann man kein Glück kaufen, Johnny. Hätte nichts dagegen, auf diesem Boot traurig zu sein. Ich würde mich wohl auch nicht in den Schlafbein, Lasswell. Keine Zeit für eine Bootsfahrt, Sergeant. Kein schlechter Ort, um mal angeln zu gehen. Runter von dem Boot zu gehen? Ich sag's ja nur. Boote erledigt. Knöpfen wir den Heli vor. Gute Arbeit, Ghost. Lasswell. Stehst du mehr auf Berge oder auf Stad? Muss ich mich entscheiden. Funden sie jedem etwas? So ist das richtig, Lasswell. Sieht ja heiß aus. An die Arbeit, Johnny. Zielperson finden und rausschalten. Sehr gern, Lieutenant. Alle Einheiten im Umkreis sind ausgeschaltet. Keine Aktivität. Verstanden. Bleib an deiner Position und sichere sie. Geh raus. Verstanden. Ich sehe dich. Das erinnert mich ein bisschen an Playstation Home damals. Absolut geil. Ah, schade, dass das dann eingestellt worden ist und nicht weitergeführt ist mit jeder Playstation. Da gab's echt viele Möglichkeiten. Ah, okay. Was willst du machen? Was wissen wir über Mark und Milena? Seit wann kennen die sich, Watcher? Markarov ist ein alter Bekannter ihres Mannes. Und was ist aus ihrem Mann geworden? Er ist ins Messer gelaufen. Neunmal. Verstehe. Milena bekam sein Vermögen und Markarov eine Armee. Wie praktisch. Das sieht wirklich geil aus. Schade, dass die Wolken sich nicht bewegen. Das wäre noch ein bisschen keiler gewesen. Aber. Man kann nicht alles haben. Schloss geht nicht kaputt. Man kommt hier. Künstliche Absicherung, damit man hier was nicht umgehen kann, glaube ich. Mal klar. Wir müssen zuerst hier hin. Sieht aus wie ein Marschflugkörper. Guter Fund. Auf der Insel wimmelt es von Conny. Mach sie fertig, Johnny. Mit größter Freude. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich habe nachgeforscht. Ich habe nachgeforscht. Die Zielperson heißt Nestor Gustev. Sag seiner Familie, sie soll nichts mit dem Essen warten. Gehe nach den. Räume es und suche nach Munition. Hier Premium. Gibt kein Alkohol, ist schädlich meine Freunde. Ziel ausgeschaltet. Gute Arbeit, 71. Schnapp dir seinen Funkschlüssel. Vergiss nicht den Schlüssel, Johnny. Hol ihn dir. Sie haben dich entdeckt. Sie haben dich erst mal verloren. Ich habe alle ausgeschaltet. Drin. Roger. Nimm alles Nützliche mit. Vergiss den Funkschlüssel, nicht 71. Ich bin draußen. Ich bin draußen. Ich bin draußen. Ich bin draußen. Aber am Tag. Du bist aufgeflogen. Sie brauchen deinen Funkschlüssel, um auf Melina's guts zu treiben. Herr Joga, attack him. Oder hör's? Kuh? Kuh da, der warte! Ouh! Ouh! A-ah! 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 Ouh! Ouh! A-ah! A-ah! ein funkschlüssel wo war das waren der komische funkschlüssel die tür geht nicht auf sie wird sicher von woanders ausgeöffnet sicherheits- oder kontrollraum schätze ich auch stehe vor einem gebäude gegenüber dem bunker sich sich die player und die kacke ist am dampfen ich sag's ja nur wenn das dinge multiplayer ist scheiße der junge du bist in sicherheit gute arbeit ich sehe mehrere konten banken bankleitzahlen ein anfang ist aber alles biometrisch gesichert abhörung sagt mehrere anrufe aus dem haupthaus melena muss drinnen sein wir brauchen gesicht augen finger abdrücke verstanden also bis in den tod los geht's lieutenant die 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 Geh! Drohnen abgeschossen! Eine Drohne tätiger! Jäger! Komm hier unendlich! Jetzt glaub ich reingehen. Gustav! Ich brauche raus. Gehe rein! Verstanden. Vorsicht, ich werde Sichtkontakt verlieren. Okay, wo ist Romanova? Verschanz in Ihrem Büro. Zweiter Stock hinter einer Sicherheitstür. Geh kommen da ran! So, wenn wir groß den Sicherheitssystem haben... ...kannst du hier unten? Selbst wenn wir Romanova kriegen, dann muss Connie nicht stoppen. Wir geben erst auf, wenn sie tot sind. Stimmt auch wieder. So, du weißt, was zu tun ist. Sauber und unauffällig, Watcher. Spezialität! So, Mann! Zauber und unauffällig, egal. Weiß ich jetzt nicht. Sicherung lokalisiert! Bleib an Fall, Johnny! Oh, Mann! Oh, Mann! Oh! Oh, Mann! Oh, Mann! Oh, Mann! Oh, Mann! Schlagebelicht! Fast fertig. Schön dranbleiben! Das ist es! Hey, ich hab's mit! Ja, wir verbrauchen! Ja! Ja, wir verbringern! An alle Stationen. Der Strom ist aus. Gerade rechtzeitig. Mach das Schloss an Milenas Tür auf, Laszlo. Bin dabei. Moment. Die Tür ist offen, Jungs. Wir sind drin. Wir sehen uns drin, Johnny. Rein da, Johnny. Ach, Digga. Geh rein, Soap. Zeit für ein Gespräch mit Romanova. Kimbo-Pistole. Romanovas Tür ist entriegelt. Geh jetzt rein, Soap. Johnny, rein in den Raum. Wir treffen uns drin. Was denn für ein Raum, Digga? Romanovas Tür ist entriegelt. Geh jetzt rein, Soap. Da muss ich noch weiter oben sein, oder was? Scheiße, ey. Wie kommt man denn da hin? Oh, Fresse, Junge. Geh hier hoch. Geht ja gar nicht. Scheiße, die Wand an. Muss auf dem Dach sein oder so was, Alter. Ich hab keine Ahnung. Unten ist nix. Johnny, rein in den Raum. Wir treffen uns drin. Hier ist nix. Hier ist nix. Toilette. Geh rein, Soap. Zeit für ein Gespräch mit Romanova. Kannst du dich nicht ausdenken, Alter. Das ist, glaube ich, ne Kühlkammer. Johnny, rein in den Raum. Wir treffen uns drin. Ja, welchen verfickt denn Raum, denn, Digga? Hier ist kein Raum, Alter. So. Oh, da ist ne Treppe. Ich hab sie gefunden. Holy shit. Geh rein, Soap. Zeit für ein Gespräch mit Romanova. Spezialeinheit, Hände hoch! Sitz! Fick dich. Setzen Sie sich, Milena. Wo ist ihr Boss? Ich habe keinen Boss. Niemand gibt mir Befehle. Wie läuft es, Jungs? Sie will nicht reden. Das wird sie gleich. Geben Sie mir Ihre Hand. Wieso? Oder du hackst sie ab? Ist nicht mein Stil. Aber seiner. Wozu die Maske? Um mein Gesicht zu verbergen. Wir sind drin. Nichts in meinen Bankdaten bringt euch näher zu Wladimir. Das werden wir ja sehen. Mehrere Konten der Konigruppe. Gut verschleiert. Diverse neuliche Überweisungen an das Zordaya-Gefängnis. Der Gulag. Geld für Makarovs Flucht. Geld auf ne Türen. Lass uns doch ein paar Rubel aus Makarovs Kasse nehmen. Erledigt. Sag Bescheid, ob wir einen Nerv getroffen haben. 85 Millionen von Makarov transferiert auf ein CIA-Schwarzkonto. Wladimirs Werk ist schon vollständig bezahlt. Ihr seid nicht sehr gut darin. Sie auch nicht. All Ihre Leute sind tot und Ihre Kunden weit offen. Überhaupt nur Makarovs Zukunft, nicht meine. Oh, so. Hörst du das? Oh ja? Dann müssen wir wohl persönlich werden. Wir müssen hier bald weg. Beeil dich oder wir nehmen Sie mit. Schweizerische Nationalbank. Das ist Ihr privates Konto. Stimmt's? Das Geld wurde kaum angerührt. Was wird es? Du sagst, was du sie beprinämst? Hm, wir scheinen Ihren wunden Punkt gefunden zu haben. Lehren wir es? Trau dich das bloß nicht. Stimmt etwas nicht, Frau Romanova. Ich erkenne nicht Makarovs Pläne. Ich bin ein Financier. Nicht weiter. Gib ihm deinen Abdruck. Oder zeigen Sie uns den Weg zu Makarov. Fickt euch. Und den kleinen Vogel in eurem Ohr. Das Konto ist mein Geld. Ich kämpfe dafür. Mein Verdienst. Noch ein bisschen und wir haben sie. Letzte Chance. Sonst übernimmt er. Er wird wissen, dass er hier wart. Ohne mein Geld bin ich so gut wie tot. Ich brauche mein Geld. Dann brauchen wir Makarov. Wo ist er? Wostok! Es gibt eine Überweisung an Wostok Capital in St. Petersburg. Blödi mir kopfverlassene Immobilien. Ich weiß nicht, was er damit macht. Mehr kann ich euch nicht sagen. Ich sehe Sie. Mehr brauchen wir auch nicht. Das war mir ein Vergnügen. Nichts ist gespräch. Wenn ihr auf meine Leben flieht, wird ihr euch nicht gewähren. Uvidet ihr Schöpfaldo! 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 Ich möchte, dass alle alle wissen, dass wir nicht vor jemandem sind. Sie sind ein Mann, ein Mann oder ein Kind. Entstanden? Entstanden? Wenn die Daten von unserer Freundin Schadlung подтвержd werden, dann sind wir das erste. Achtung nicht? Geh ihn, blöde! Wir haben Romanova gebrochen. Wie? Erweitertes finanzielles Verhör. Shepards Infos waren gut. Sind jetzt unsere. Was haben wir Brauchbares gekriegt? Eine von Romanovas Strohfirmen kaufte einen verlassenen Apartmentkomplex in St. Petersburg für die Conny-Gruppe. Wann? Vor kurzem. Ein Conny-Außenposten? Schätze ich auch, Captain. Ich hab jetzt den Standort. Satellitenbilder zeigen einen Bergungsballon auf dem Dach. Den braucht man nur, um schnell etwas wegzuschaffen, das niemand finden soll. Oder jemanden. Der Komplex ist ein Labyrinth. Gehs arbeitet sich nach oben. Ich behalte das Dach im Auge. Und die Extraktion? Heli ist zu riskant. Ihr müsst euch alles schnappen, was ihr kriegen könnt. Nick holt euch per Stahlflügler. Der Ballon? Skyhook. Wenn Makarov da ist. Schnappt ihn, bravo. Sex and Watcher, Drohne ist aktiv. Du solltest Sichtkontakt haben. Im Blick, John. Mehrere Conny-Truppen auf dem Dach des nördlichen Gebäudes. Keine Spur von Makarov. Wer ist unser Junge, der Hofheld? Scheint ihr das Sorgen zu haben. Überprüfe. Mal sehen, ob wir ihn identifizieren können. Verstanden. Gehs, bist du in Position? Gut. Sehen wir wen und was wir hier finden. Kommt nicht mit leeren Händen zurück. Watcher Ende. Bestätigt. Bin bereit. Gehs, rück vor. Sag Bescheid, wenn du den Aufzugschlacht erreichst. Roger. Bin unterwegs. Bin am Aufzugschlacht. Hier ist ne Leiter. Okay. Kletter auf. Bravo. Treffer zum HRZ. Es ist Andrej Nolan. Einer von Makarovs altem inneren Kreuz. Weit oben in Koniknaros Kette. Bestätigt. Wie extrahieren wir ihn? Lebend. Ich sichere die Exfiltration und treffe dich oben. Habe Nachtsicht gefunden. Bitte, da liegt noch mehr Ausrüstung rum. Conny hat Geld. Gehs. Gehs. Sie suchen überall nach dir. Gehs. Feinde kommen die Treppe runter. Sie suchen nach dir, Gehs. Pass auf dich auf! Geh. Geh! Pass auf, Gass. Conny ist auf der Jagd. Regnet. Wird nicht unaufmerksam, Sergeant. Conny, such dich. Die Explodieren! Sie rufen Verstärkung. Schalte sie aus und verschwinde da sofort. Da war doch gar keiner. Brücke auf Etage 6 vor. Die Hälfte ist getaft, Gass. Es wimmelt von Conny, Sir. Treppe blockiert. Ach du mal, beschissen. Räume gibt's nicht. Wenn man die Mission nochmal macht, dann... Unterwegs zum Außenbereich. Ach du mal, beschissen. Das war ein Gegner, Digga. Geht an. Doch nicht. Ups, hast du gesehen. Wie ist das? Das war. Das war's. Wollte mal, schütze. Wie ist das? Oh, das ist schön. Bauerbratzen. Was sehen wir denn hier, Digga? Oh, Playstation 1-Texturen. Schön. Das ist ja nice. Playstation 1 wollen ihre Grafik zurückhaben. Digga. Geh auf Etage sehen. Oh, das ist saftig. Lustig, wenn er mit dem gelben Deckchen markiert ist, wo man lang muss. Hey, hey. Tomb Raider, Fiend. Oh, 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 oh. Was soll ich sagen? ich bin entspannt ich bin entspannt alles gut ist alles gut ich weiß, dass ich die Waffen nicht ändern kann kann ich auch nicht ändern aber egal hier ist eine Leiter ich muss es ist Andrei Nolan einer von Makarovs alten inneren Kreuz weit oben in Connys Nahrungskette bestätigt 6-3 Vorsicht Feinde unterwegs zu dir oh, beide wir kennen deine Position, Sergeant sei bereit oh ja, ich bin bereit schallgedämpfte Hazard Eagle, der Sand hat mich an Counter-Strike damals hoch, liebe leichte Schwierigkeits-Karte, ich sag's euch rück auf Etage 6 vor die Hälfte ist geschafft Conny hat richtig aufgepahnt ich gebe Feuerschutz, wo ich kann, du packst das Garrick habe Nachtsicht gefunden bitte, da liegt noch mehr Ausrüstung das geht achte auf Feinde von rechts auf dem Weg nach außen oh krass, ich kann hier rüber Digga, mach keinen Scheiß Tom Prider Addicted ich kenne mich aus das geht zum Etage 5 vor das sind noch einige Conny auf dem Weg Achtung, an alle Einheiten rück weiter vor ist gut was ist jetzt los Nolan hat sein Team alarmiert sie wissen, dass du kommst so, mal ach, wer bräuchtet fuck man digga ja rück vor, sag Bescheid, wenn du den Aufzugschacht erreichst Roger, bin unterwegs Cap bin am Aufzugschacht hier ist ne Leiter ok, kletter raus Bravo Treffer zum HRZ es ist Andrej Nolan einer von Makarovs altem inneren Kreis weit oben in Connys Nahrungskette bestätigt 6-2, Vorsicht weiter unterwegs zu dir woher ach die meine, da war ein Bubi so, hier muss noch außen wird sein irgendwas Halt auf Gas sie suchen überall nach dir da fände ich das da ok da sieht man ja die Piste Freunde kommen die Treppe runter dann kommt man hoch runter da ich habe deutsche 6 vor ach scheiße wenn die erst mal gucken ob er ja ist stark bemannt hier ich gebe Feuerschutz wo ich kann du packst das Garrick alle diese Leute Streifschutz Streifschutz ist Streifschutz Brudi ist alles streifig war jetzt nicht so der Bringer deswegen nehme ich das nicht geht es theoretisch höher mal gucken wie ich sagte wie ich sagte wie ich sagte wie man redet ich der Feinde findet sich in Etage 6 findest und zu sie Nolan hat sein Team alarmiert sie wissen dass du kommst Lachmann Digga schön perfekt nochmal okay gut noch ich habe schulfs hier her sie Lass nach, Junge! Drei Jahre, Junge! Drei Jahre! Da hab ich kein weißer Klick nicht anders. Begebe mich auf Etage 8! Nur noch ein paar, schnappen wir den Kerl! Steige zur Etage 9 auf! Fast oben, Gas! Brücke zur Etage 11 vor! Roger! Ist das gut? Die Missionen müssen wir definitiv wiederholen. Also hier gehts nicht lang. Oh! Oh! Bestätige. Lieder links von dir, Garrick! Feinde hinter dir! wie hinter mir was ob ich muss ja runter springen ich kann hier nicht rein wer wagt gewinnt hat eine abkürzung die nicht kaputt oder was das du bist fast auf dem dach wieder stand ich habe Egal Wirklich nicht so, das ist kein, nicht nur das Körperfeedback von damals Oh mein Gott Alles klar, bin auf dem Weg zu dir, Gez Uff, Kasov müsste besser, ach scheiß drauf Was haben wir denn hier, schöne Digi Nicht so viel, oder? Wir nehmen das da Und sekundär nehmen wir das da Blendgranate nehmen wir mal auch Eine Bohrladung ist eigentlich auch nicht schlecht Uff Schieß auf alles, was sich bewegt, aber Nolan braucht noch Ach so Ach Digi, jetzt hätte sein Ass aber massiv Damage erlitten Ich sehe Nolan Vorsicht Das Ziel ist schwer gepanzert, Cap Verstanden, nur außer Gefechts sitzen Töte den Spack Guter Anfang Guter Urno Gut, Arnold. 6, Ziel neutralisiert. Ich sehe Andre Nolan, Makarovs Nummer 2. Er ist am Boden. Wenn er noch lebt, ist er gefährlich. Abgesichert ist Hyperion. Da ist er ja. Töte mich. Ich helfe euch nicht. Das sagen sie alle. Ich sehe, sein Mund bewegt sich noch. Stopf sein Maul. Wir müssen sie in Schach halten, bis Nick eintrifft. Sie wollen Ihrem Boss unbedingt zurück. Keine Chance. Bekligen. Untertitelung des ZDF, 2020 das ziel an diesem seil fest der sieht tot aus obwohl er lebt das hrz sicher zwei klicks entfernt Skyhook 2 Minuten Was ist die Scheiße? Was ist die Scheiße? Es tut schon ne Finger weh Digga Was ist der Scheiße? Wo stehen wir aktuell bei Nolan? Was? Was? Was ist die Scheiße? 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 Wie ist die Scheiße? 07 in Position mit Kilo Bravo ist im Wasser Verstanden Wo ist unser Objekt? Gondor nähert sich. Südosten. Vier Fahrzeuge. Irgendwas von Makarov? Noch nicht, aber das dritte Fahrzeug ist gut bewahrt. Ghost und alle Bravo. Bestätigen. Verstanden. Da kommen Sie. Geil ist das denn, bitte. Zu dem Ziel dürfte die Luft ausgehen. Fahrzeug sicher. Kein Makarov. Wir müssen zum Ziel, Captain. Bevor er ertrinkt. Fahrzeug sicher. Brücke vor. Ich würde ihn gern absaufen lassen, aber wir müssen ihn rausholen. Cap, wir haben ein Problem. Kein Makarov, nur ein Gefangener. Zieh den raus. Los. Roger. Der Gefangene ist links, Captain. Laser-Schwerter. Gefangener gesichert. Wir tauchen auf. Stehe bereit. Sechs und Watcher. Kein Makarov. Das Ziel war nicht im Konvoi. Gefangener abgefangen und gesichert. Wer ist das? Moment. Herr im Himmel. Max Tavish. Was zur Hölle? Captain. Gibt es irgendeine Shit-Show, wo sie nicht mitmischen? Ghost, siehst du das? Im Visier. Legen wir ihn einfach um und Gutes. Sechs, wen habt ihr da? Den verdammten Goat-Eagle. Shepard? In Fleisch und Blut. Heilige Scheiße. Cap, wir sind hier ungeschützt. Bringen wir ihn weg. Was tun Sie hier? Die jagen uns, John. Sie fanden mich zuerst. Was war der Preis für Ihr Leben? Absolut nichts. Blödsinn. Ich bin ein Vier-Sterne-US-General. Und trotzdem leben Sie noch. Werfen wir den Penner zurück in den See. Ich kenne Makarovs nächstes Ziel. Sie wussten nicht mal, dass Sie das Ziel waren. Ach, Sie sind auf der Stelle getreten, bevor ich einschreite. Dann sagen Sie schon. Zuerst wollen Sie mich hier raus? Alle Stationen. Da kommen Helis aus dem Norden. Noch zehn Klicks. Roger. Befehle, bravo. Die Oligarchien-Info war gut. Selbst wenn ihr jetzt lügt, ist er für uns noch nützlich. Ohne ihn stehen wir mit leeren Händen da. Ghost, Fahrer, zur Exfiltration. Roger. Roger. Sag Nick, wir sind einer mehr. Schon besser. So. Geben Sie mir eine Jacke und ne Waffe. Nein. Ne Waffe geht. Hilfe wäre gut. Ne Pistole und Hermaljacke. Sie halten sich an Gas. Und Vorsicht. Sonst töte ich Sie selbst. 6 an Watcher. Schieß los, bravo. Gehen zu Fuß bis zum Transport und fahren dann zur Landezone für Extraktion. Euer Gast könnte euch verlangsamen. Passt auf euch auf. Ende. Es zieht Nebel auf. Gute Zeit für Thermalsicht, Sex. Thermalsicht an. Ich friere mir hier den Arsch ab. Eine leichte Unterkühlung bringt sich schon nicht um. Das klingt nach mangelnder Disziplin. Das klingt nach mangelnder Disziplin. Das klingt nach mangelnder Disziplin. 11 Uhr. Die suchen nach mir. Hätte nicht über Lust, sie finden zu lassen. Wir sollten sie ausschalten. Klappe halten, verdammt. Wir brauchen jetzt eine Entscheidung, Käpt'n. Wir können sie passieren lassen. Da kommt noch ein Top. Weißt du, wie schwierig das überhaupt war, wieder in diese Kack-Game reinzukommen, als ich, wie, The Finals, The Finals macht den Skill so dermaßen kaputt, Alter, dass ich über drei Stunden gebraucht habe, knapp, um überhaupt wieder ins Game reinzukommen, ey. Das ist so hart, Digga. Scharfschütze! Entdeckung. Das kam von den Bäumen da vorne. Hat jemand Sichtkontakt? Negativ. Thermalsicht zeigt nichts. Hat Thermaltarnung. Gans bewacht Shepard. Zopp und ich übernehmen den Scharfschützen. Roger. Mir nach, General. Gibt es Aktivität, Sergeant? Negativ. Ich suche. Ich sehe den Scharfschützen. Scharfschützen erledigt. Wir sind sicher. Schleppfläger kleiner Scheiße. Gas bei uns sammeln. Roger. Ich komme. Was für eine Scheiße. Ich hoffe, Ihre Infos sind das wert, General. Meine Infos sind es immer wert, Soap. Ihr kriegt sie, wenn ich hier raus bin. Da vorne ist unser Truck. Offenbar haben wir einige Bewunderer. Bestätigt. Angriffsteam. Sechsteinfahrer und Ghost. Unser Transport ist kompromittiert. Ghost, sichert die Landezone. Treffe euch am Sägewerk. Geht zu Fuß über den Kamm hinter dem Feld. Verstanden. Bei unserem Glück treffen wir noch mehr Besucher. Im Truck sind Munition und Vorräte. Wir sollten sie uns holen. Im Wald können wir uns vorbeischleichen. Im Wald können wir uns vorbeischleichen. Können uns durchkämpfen oder außenrum gehen. Aus schwärmen. General, bei mir bleiben. Den Kopf unten halten und nicht reden. Schaffschütze eliminiert. Keine Ahnung. Das war relativ klein, die Kampagne. 19 Gigabyte. Der Schaffschütze liegt am Boden. WTF? Treibt sie aus der Deckung. Setze Betäubungsgranate ein. Käpt'n getroffen. Position wechselt, John. Fresse, Junge. Fresse, Junge. Fresse, Junge. Fresse, Junge. Wo ist denn hier die Scheiße? Schaffschütze in den Bäumen. Fresse, Junge. Schaffschütze in den Bäumen. Was ist denn mein Team, Digga? Junge, markiert doch die Scheiße. Schaffschütze in den Bäumen. Das wird Betäubungsgranate. Ich seh den nicht. Alter. Geh in Deckung, Jax. Da kannst du nicht bleiben. Schaffschütze hinter dem Baumstumpf. Ich seh den nicht. Ich seh den nicht. Ich seh den nicht. Was? Wo ist denn der? Also ich habe den leichtesten Schwierigkeitsgrad und bin schon ein paar Mal verreckt, Alter. Aber ich habe sie eigentlich gekauft wegen dem Multiplayer. Das ist ja halt für mich nur die Kirsche auf dem Kuchen. So geil sieht die Waffe aus, Alter, wie echt man sich so anguckt sieht echt sehr, sehr nice aus. Verstanden. Landezone sicher. Gebe Änderungen durch. Ich will ja nur die Storyline wissen. Ich möchte keine Herausforderung haben. Das interessiert mich nicht. Dafür habe ich Multiplayer am Start. In Anführungszeichen. Kampf um Sägewerk. Fahrer ist dort. Alter, ich kriegst gleich in Timebahn, du frechig. Fahrer, hier ist dein Status. Unterer Beschuss. Andere Seite des Sägewerks. Könnt ihr Hilfe gebrauchen. Okay. Position halten, Kilo. Wir flankieren sie. Verstanden. Bravo. Feindliche Verstärkung nähert sich. Verstanden. Rücken jetzt zum Sägewerk vor. Conny ist überall. Fahrer, wo steckst du? Auf dem Dach. Rückt vor und ich gebe von hier aus Deckung. Gers, nimm Shepard und such Deckung. Soap, zu mir. Aye. Alter, kommt doch mal Damage. Ich brauche keinen Aufpass, John. Sie können froh sein, dass wir sie nicht fesseln. Oh scheiße, ein Shotgun. Das ist ja beschissen. Soap wartet da draußen auf hier. Wasser bleiben. Hier filmet es von Feinden. Bestätigt, Sir. Machen wir ihn Feuer. Was wollen? Was sind denn die Waffen, Alter? Egal, jetzt geh ich schon wieder drauf oder was? Geh in den ersten Stock. Schatzschützen ausgeschaltet. Das bringt ja nix von der Entfernung. Scheiße. Ui. Ganz auf die Fresse, Alter. So, jetzt geht's gerade, Diggi. Nachts, Stiles. Wieso ballern die denn alle auf das Ding da rauf, Alter? Sind die dumm? Sind die Gegner gewesen, die da auf den Boiler ballern oder was das sein soll? Wasserspender. Lol. Nein, habe ich noch nicht. Ich habe Zeit gehabt jetzt, weil ich hier zocken wollte und gucken wollte, was da los ist. Ich kann mir jetzt nix schränken, Stiles. Stoßen wir zu ihm. Ah, ja. Das sehe ich auch, Alter. Gute Idee, Gass. Pfarrer und Soap bleibt links. Gass nach rechts mit Shepard. Na los, General. Gestöber kommt auf. Nichts besser als die Jäger zu jagen. Nichts besser als die Jäger zu jagen. Ich habe getroffen. Ich habe getroffen. Roma, gut rotieren. Ich habe den Stil, ich habe den Deckel. Beide auf den Frachter gesichtet. So, ich bin jetzt morgen in den Finals los. Was ist da? Ah! 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 Egal, ich habe meinen PC noch nie gereinigt und der sieht noch immer aus wie neu. Also ich verstehe nicht, wie ihr das macht, Alter. Dass ich echt auf die Umgebung ankomme. Und mein Fenster ist permanent offen, also... Ich bin so frei. Was? Wer ist der Sticker? Gut geschossen, bravo. Solide Trefferfahrer. Ghost, wir sind auf dem Weg zu dir. Markiere die Landezone beim Boot. Formieren auf mein Zeichen. Einsatzgebiet umkämpft. Inzekt. Im Blick, Lieutenant. Oh, Alter. Jetzt wird dran vermaßen. Luft ist rein. Hier lang, bravo. John, wie ist der Status? LZ umkämpft. Hol Nick ran. Aber er soll Abstand halten, bis es sicher ist. Halt die Wacht. Bereit machen. Wir kommen bald noch mehr. Bonnie, Verstärkung unterwegs zu uns. Zurück zum Boot. Zurück zum Boot, Alter. Hier muss ich ja so bleiben, oder was? Nein, wir müssen das Feuer eröffnen. Ja, da habe ich auch nichts für. Uh. Weiter feuern. Wir können nicht weg, bis sie erledigt sind. Und der ging auf mich. Gut gemacht. Was denn ist der eine Schuss durch das Auto gegangen, Alter? Das ist die Engine, Diggi. Das ist die Regen, Jungen. Kann mein Team auch mal so Damage machen, oder so? Das ist die bravo sind wir sicher alles sicher nicht von bist du da landung in 30 landezone gesichert ich hätte sie noch oh gott jaja 77 cent bei uns bestätigt verstanden sicheren flug ohne die sterne und balken sehen sie aus wie scheiße general die besten der besten alle versammelt nur eine ausnahme was ist die agenda dieses kriegsrats eine wahl geht ihr mir ein ich bin ganz ohr reden sie gestehen sie alles sie wissen doch alles der kongress nicht und ich wette der wer ganz ohr meinen sie nicht nur das waschen sie mich rein sagen sie werde ich bin was sie mir gaben und warum niemand sonst hatte den mut das für sie zu tun für alle hier dann tun sie das richtige general alle wissen über makarov und ihren hund graves an der leine sagen sie ja und wir bringen sie heim oder sie kriegen allein zeit und erfrieren hier die version liegt mir mehr der gefangene muss sich auf selbsterhaltung konzentrieren damit er schließlich bricht gut dass sie sich an ihr training erinnern general wenn sie mich verarschen john dann wird es ihnen leid tun dass sie mich verschont haben los geht's ok general was haben wir makarov hat vor zu beenden was er in verdansk anfing er will dass conny heute nacht beim goradamm zuschlägt sprengt er den damm wird die ganze stadt weggespült es gäbe viele opfer wenn er seinem plan treu bleibt schiebt er es auf fahrer und den westen halten wir ihn auf ihr geht zum damm alex und meine leute haben konny zu einem flugplatz in nordursistan verfolgt vermutlich makarovs operationsbasis wir werden am morgen angreifen seine truppen brauchen hilfe kriegen sie shadow gibt luftunterstützung wir können graves nicht zu dicht an fahrer und ihren truppen feuer regnen lassen ich vertraue auf shadow sie wollten doch graves an der leine und genau das werde ich tun aber halten sie sie kurz general er ist ein namn verdammt richtig ja gess und ich gehen mit fahrer so und ghost übernehmen den damm roger nick sorgt für den transport ich starte eine predator zur überwachung lasst euch nicht schnappen niemals bleibt wachsam und passt auf viel glück allen sich bewachen vermutlich die zielbereiche bestätigt findet die sprengladungen und entschärft sie es stehen zu viele leben auf dem spiel watch enter mich interessiert mich interessiert die blizzcon nicht und nichts was da irgendwie veröffentlicht wird da ist kein interessantes game für mich die abos die installiert und wird doch nicht mehr installiert ich habe damit abgeschlossen ich habe die single player so gezockt habe noch länger gezockt als für mich normal und das reicht halt muss ich machen muss ich runter springen achso fallschirm tatsächlich watcher 1 bravo 07 bin in bewegung ghost shadow hat vorräte für dich reingeflogen aber vorsicht sie sind wohl von conny umstellt kein problem wenn du die abwürfe bergen kannst wird das hilfreich sein aber bleib am bei verstanden schau nicht mal dass die ist für mich ist da wirklich nichts mehr was mich interessiert ich meine was soll da kommen was sollen die sagen ne kommt endlich mal ghost raus oder was alter oder oder wie ich weiß es nicht also ich wüsste nicht irgendwie was was neues was was die das ist ja interessant das jetzt kannst du mir gerne mal aufklären oder so aber ich wusste wirklich da nichts im geringsten irgendwas was neues oder so na gut das hört sich jetzt interessant an davon wusste jetzt nicht so ein survival mmo das könnte was interessantes sein oder was ist es denn oder was ist denn oder was sieht ein bisschen anders aus der bildschirm reflektiert ja auch so ein bisschen gucken wir mal ist genau dasselbe ding von von damals okay wir sind mehrere unter mir anscheinend ich warte bis die highlights kommt ich gucke was von der von den newsseiten an und zock hier vielleicht sogar noch das game weiter je nachdem ob da überhaupt noch was zu zocken ist ich kann ich selber kaum sehen was eine taktikflasche die offen verstärkung schaltet die aus und verschwinde auf dem steht verstanden entschärfen entschärfe jawohl ich hab die seile dinge ins seiler ja aber ich hab das game nicht am start aber das würde bestimmt sehr nice sein ich habe das game auch nur damals nicht gekauft weil ich mir weil ich gewusst habe dass keiner am start ist mit dem ich zocken kann und dann macht das ja nicht so viel sinn hat solchen ordnung bringen oh ein feindlicher fahrzeug näher sich seiner position konnie bewacht ein gebäude im westen am fuß gesteckt mp da ist mir zu oh wie wechselt man das ding da was war das scheiße mit was wechselt man das die tasse das alles gut jetzt ist gut alter ich weiß diese art von games sind sehr sehr gut da sehr viel erfahrung mit weil das ist eines meiner lieblingsgenres weil du quasi ein film spielt wenn du so willst aber du kannst ihn trotzdem beeinflussen und das ist das besondere das mag ich alter sieht echt hübsch aus hier ist wie in real life muss man ganz ehrlich sagen das hier ist wie ein real life also es gibt passagen die sehen sehr schön aus und dann gibt es welche die sehen so ein bisschen billig aus da denkst du dir denn als ob da irgendwie so billig und ein gutes team daran gearbeitet hat das habe ich ja schon ein paar mal bemerkt in manchen games und das ist ein bisschen seltsam alter so wie lange geht jetzt fast vier stunden also für 100 euro ist das natürlich nicht relevant also das ist natürlich das geld nicht wert war ich ganz ehrlich weil es zu kurz geht aber du bezahlst ja quasi den neuen multiplayer und den zombie modus und was weiß ich nicht noch und deswegen geht es wiederum denn wenn man das in relation sieht sie kann die truppen beim becken die schwimmen alle helikopterschätze ein in den luftraum 1 hat der jetzt gerade absetzen können geht doch mal was rein alter Registriere mehrere Conny-Heelys, die sich dem Damm nähern. Alter! Scheiße, die geht in die andere Sicht wieder rein, ey. Oh Gott! Jetzt glaube ich, die Schüsse kommen nicht an. Oh Gott! Geht's! Oh Gott! Bomben ist unter Wasser. Verstanden. Entschärfen. Mann, Digga, wo? Mann, Digga! Ich werde jetzt wegen dem Pummel draufgehen, ey. Mann, Digga! Mann, Digga! Mann, Digga! Mann, Digga! Mann, Digga! Mann, wir werden noch verlieren! Mann, Digga! Und Coins hast du ... äh... auch. Oder für 100. Was? Die Intros in Call of Duty? Äh, dass, ich fi n, äh... Und Coins hast wir...? Weiß ich nicht. Was für Coins Digga Meinst du die Stufensprünge oder was? Geh hin und sieh nach Ich muss eine andere Waffe nehmen Boah Digga Ich hab gedacht, hier gibt es was Watcher, der Truck ist vermied Verstanden, entschärfe die Ladung und verschwinde da Entschärfe Kein feindlicher Funkverkehr, du hast freie Bahnen Watcher 1, Überlauf ist sicher, alle Bombenplätze entschärft Hier oben ist alles klar, Reservoir ist sicher Verstanden, Bereithalten Yankee, hier ist Watcher 1 Er bittet sofortige Exfiltration für Soap bei sekundärer HLZ Ghost, halt dich bereit Entstanden, Watcher 1 Sie sind unterwegs Bring die Hufe, Dig, wir haben Fracht zu laden Roger, noch eine Minute Fast draufgegangen wegen Nix, Alter Wo ist denn diese scheiß Exfiltration, Digga Boah, wie stable ist der denn bitte? Scheiße, 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 Scheiße Gute Arbeit Jungs, wir haben eine Stadt gerettet Mission erfüllt, zurück zur Basis Verstanden Watcher, wir kehren zur Basis zurück Naja Ghost und Soap haben an Damen eine Katastrophe verhindert und Makar aufgestoppt Jetzt bist du dran Mit Fahra und Alex wird es gelingen Du und Graves seit demselben Team, John Vergesst das nicht Ich vergesse gar nichts Sieht gut aus, Jungs Wir sind bereit für Pre-Check Bereit für Pre-Check Ja Ja Lass losgehen Wir agieren gemeinsam ULF, 121 und Shadow Alle zusammen Yes Alle zusammen Ganz sicher Wenn nicht Verlieren wir Ist die Werkstatt klar Freigabe Beginne Triebwerks-Check Check Start close Shadow ist betankt Kontrolle, komm Freigabe zum Rollen, Shadow Roger Fliegen wir Shadow und Ghost Eagle Kärze gezündet Zuschlagen, Shadow Ghost Eagle, Shadow 1 ist auf Station Shadow 1, Bodenteam ist am Sammelpunkt Friedhof Ihr gebt Deckung aus der Luft, während Sie die Chemikalien und Makarow aufspüren Verstanden Shadow 1, Bodenteam ist beim Friedhof im Westen Sind mit IR-Signalen markiert Sichtkontakt melden Verstanden, bereithalten Sichtkontakt zum Bodenteam bestätigen Sichtkontakt bestätigt, markiere Bodenteam, wir haben Sichtkontakt zu euch Verstanden, unser Ziel sind die zwei Hangars Bewegen uns auf euer Zeichen Markiere Bedrohungen auf dem Friedhof Bodenteam Position halten, wir sichern das Gebiet Schütze Beschuss starten, schalte die Bedrohungen aus Arm Abzug Dann mal an die Arbeit, Shadows Feuere, 25er Conny weiß, dass wir hier sind Der Typ ist erledigt Der hat abgehoben Bedrohungen im Nord-Osten Conny beim Kommunikationsturm Schütze, den Turm ins Visier nehmen Das ist eine Raketenstellung beim Turm Schütze, eine Rakete auf diese Stellung Conny zielt auf uns, schießt eine Rakete auf die Stellung Guter Treffer, Ziel zerstört Da im Süden Conny rückt auf den Friedhof vor Shadow 1 Bodenteam hat Kontakt Feuer frei Verstanden, wir sind dran Wirkungsvoll Ja 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 Geht auf Feinkontakt, fordere sofortigen Beschuss an Verstanden, wir sind dran Verstanden, wir sind dran Verkete ausgefeuert Wir haben keine Ahnung, was passiert ist Bodentvieh, wir könnt loslegen Verstanden, wir werden vor Verstanden, wir werden vor Deckung gegen Shadow Verstanden Beine aus südlicher Richtung Markiere Wirkungsvoll Gut Gut Der Kerl hatte Zeit zum Fliegen Shadow 1, gute Treffer Immer weiter so, Bodentiem rückt vor Wir schützen euch Guter Angriff Shadow 1, Conny will ein Flugzeug starten Westliches Rollbahnende Verstanden Conny Jet Markiere das Ziel Erledige diesen Jet bevor er abhebt Je nachsicht, alle einfach mal durch, Digga So, legen wir los Wenn der in der Luft ist, haben wir ein großes Problem Oh Feindlicher Jet zerstört Luftüberlegenheit, Shadows Feinde stoßen über die Rollbahn vor Bodenteam, mehrere Conny auf der Rollbahn Geht in Deckung, wir räumen euch den Weg Verstanden, halt in die Position im Südwesten Sorgt für die Sicherheit des Bodenteams, nicht auf die Hangars Feiern Feiern Grüße von oben Bodenteam, ihr könnt loslegen Nicht auf die Hangars geschossen, Junge Bodenteam hat Hangar eins erreicht Wir gehen rein Bedrohungen aus den Gebäuden auf der Südseite der Basis Markiere Schütze, lass Conny nicht in die Nähe des Hangars Ich gebe ihnen Deckung Jet O1, der auf der Hangar ist sicher Suche jetzt die Milikation Verstanden Wir werden mit Raketen beschossen Wir werden mit Raketen beschossen Raketenwässer entdeckt Schon im Süden von Hangar eins Verstanden Verstanden Kommando an Bodenteam Lagebericht Ange einsetzt Keine Chemikalien Unsere Quette ist zuverlässig Er kann uns hinten voraus Betriebe sich in dieser Basis Wenn nicht in diesem Hat er das Nächsten Besser auf Nummer sicher gehen Verstanden, wir suchen hier weiter Versoeins, gibt ihr Deckung Wir gehen nirgends vorhin Kilos Die werden ja wohl kein Problem haben mit einem Ange einsetzt leer Bodenteam zu Hangar 2 vorrück Das macht tatsächlich Spaß So was will ich in real life machen Verstanden, weiter zu Hangar 2 Mörserfeuer aus der West Schüsse schießt auf die Mörser, erledige sie Ja, was für Mörser, Alter Ich seh keine Mörser Sie haben beschossen Shadow 1, sie erledigt die Mörser Den nächsten kriegen wir ab Alter, nee, nein, Junge, was Oh, Gott sei Dank, ey, uff Bodenteam zu Hangar 2 vorrücken Shadow, geben sie Feuerschutz Roger, Goldeagle, wir helfen Bodenteam Verstanden, weiter zu Hangar 2 Mörserfeuer aus Nordwesten Schüsse schießt auf die Mörser, erledige sie Feuere Lade nach Willkommen in den Musikstack Oh Werden beschossen General 1, erledigt die Mörser Den nächsten kriegen wir ab Keine Chance gegen das Auge am Himmel Was? Was ist denn das für eine Scheiße? Ich hab die doch weggebrezelt Was ist denn das für ein Fick? Normale Station, keine Chemikalien Hangar 1 ist leer Bodenteam zu Hangar 2 vorrücken Shadow, geben sie Feuerschutz Roger, Goldeagle, wir helfen Bodenteam Verstanden, weiter zu Hangar 3 Mörserfeuer aus Nordwesten Schüsse schießt auf die Mörser, erledige sie Willkommen in Osigstan Werden beschossen Shadow 1, erledigt die Mörser Guter Treffer Was? Was? Wo sind denn diese Bastarde? Diese Schmutzviecher Das kann doch nicht wahr sein Was ist denn das für ein Fick hier, Mann? Ich seh es nicht, Junge Was? Oh, ich krieg Krämpfe, ne Buchs Wir helfen Bodenteam Verstanden, weiter zu Hangar 2 Mörserfeuer aus Nordwesten Schüsse schießt auf die Mörser Erledige sie Wer hat beschossen? Shadow 1, erledigt die Mörser Keine Chance gegen das Auge am Himmel Wir sehen das für den Gewehr Oh, wie kann das sein, Junge? Warum? Was ist denn das, Alter? Was ist das für ein Piss hier, Junge? Was ist das für eine Scheiß-Mission, Junge, Mann? Geben Sie Feuer-Schutz Roger Gold-Siegel Wir helfen uns hin Was ist das für ein Wok- Oh mein Gott Oh mein Gott, ey Verarscht doch jemand anderen Scheiß Makarov Er würde seine Basis zerstören Um die Chemikalien zu behalten Ja, Junge, los Und er vielleicht auch Willkommen in Osigstan Habe ich es jetzt nicht schafft? Oh, die An alle Stationen, Hangare 2 ist sicher Wir haben die Chemikalien gefunden Makarov Negativ, er ist nicht hier Er könnte in der Nähe sein Bodenteam, neutralisieren Sie die Chemikalien Shadow überwacht und beschützt das Bodenteam bis der Job erledigt ist Verstanden Gold-Eagle An alle Stationen, wir fangen Conny Kommunikation von außerhalb der Basis ab Sie schicken Panzerfahrzeuge und Verstärkung auf ein Großaufgebot vorbereiten Verstanden Kommando Feindlicher Panzer im Norden der Basis Macht Fendi Der Panzer darf die Chemikalien nicht zerstören Was den General gehört Den Panzer eliminieren Feindlicher Panzer zerstört Gut Ich hasse diese Scheißdinger Feindfahrzeuge im Norden Verstanden Markiere Schütze auf die Fahrzeuge zielen Direkt um zu Hangar 2 vor Fahrzeug Bruder Alter Fahrzeug Bruder Was soll dort ein Einzelne oder? Schade los Liga Alter Was? Fangen wir rücken in den Hangar vor Eiskalt Schütze Gut geschossen Ich hab' den Wie kommt denn die Püße? Feindlicher Panzer direkt nördlich von uns Der Panzer darf die Chemikalien nicht treffen. Aus-scheinen! Hier ist das an der Fasne. Ich liebe einstellenabschluss. Dreck, ein paar Späne. Komm durch das Zeitschmackgebot, hört nicht von unten. Alle Stationen wollen sich dann seinen weiteren Angriffen. Vergraben wir sie. Das ist Connys Basis in Osigsthal. Fegen wir sie von der Karte. Oh mein Gott. Bedrohung im Aushalt des Hangars. Wir haben bereits eine Rakete im Anflug. Ihr könnt rennen, aber das schläft hier nur müde. Welche Scheißsager denn, Alter? An alle Stationen. Laut Abhöhung ist Makarov in der Basis. Er hat es auf die Chemikalen. Wurden Sie ihn bereit zur Exfiltration? Negativ. Chemikalien sind noch aktiv. Wir brauchen mehr Zeit. Verstanden. Sichern. Graves, weiter überwachen. Wenn Sie Makarov sehen, schalten Sie ihn aus. Roger Gold Eagle. Shadow 1 steht bereit. Feindlicher Heli aus Nordosten im Anflug. Das ist Makarov. Shadow, knallen Sie den Mistgal ab. Verstanden. Der geht nirgendwo hin. Bringen wir's Tränen, du Shadows. Verstätigt. Schütze bereit. Der Heli will den Anger zerstören. Brauchen Luftunterstützung. Richtig, der Heli geht runter. Oh mein Gott. Jetzt haben wir dich voll am Arsch. An alle. Feindlicher Vogel abgeschossen. Wladimir Makarov ist tot. Verstanden. Chemikalien neutralisiert. Verlassen jetzt den Hangar. Graves, feuern Sie eine Rakete auf den Hangar, sobald es am Boden sicher ist. Begraben wir Makarov mit den Chemikalien. Verstanden. Shadow 1, Bodenteam ist draußen. Mach den Hangar platt. Hörst du raus damit. Treffer, der Hangar ist zerstört. So wird das gemacht, Shadow. Roswithania, Wladimir. Es gibt drei Dinge, denen man nicht entkommen kann. Tod, Steuern und mehr. Danke für die Gesellschaft, Leute. Kommando zurück zur Basis. Den weg. Verstanden, Shadow. Wir haben plassige Arbeit da draußen. Guten Flug, Junge. Danke für die Hilfe, Shadow. Sechs an alle Stationen. Abschuss ist nicht bestätigt. Ich wiederhole, Abschuss ist nicht bestätigt. Wir müssen alles absuchen nach Makarov. Gold Eagle an alle Stationen. Ihr Befehl lautet abrücken. Da draußen ist nichts weiter als Feuer und Schwefel. Mehr Bestätigung brauchen wir nicht. Sechs auf die Eins. Sechs hört. Es ist vorbei, Ton. Der Mistkerl ist in der Hölle. Das dachten wir auch von Ihrem kleinen Shadow, Graves. Makarov ist tot, Captain. Kriegen Sie das in Ihren Schädel. Eagle endet. Shepard sieht nur, was er will. Sein Name rein und eine Medaille an der Brust. Was siehst du? Was ich nicht sehe, macht mir Sorgen. Wenn er lebt, werden wir es wissen, Cap. Wo und wann? Was ist die Frage? Wir stehen tief in der Schuld unserer Task Force. Und der ULF für den Erfolg gegen Wladimir Makarov und seine Privatarmee. Man hört einiges über die ULF. Sind Farah Karim und ihre Leute eine Terrororganisation? Nein, Farah Karim ist und war stets eine Verbündete der USA und unserer westlichen Partner in der Region. Woher hatte Commander Karim amerikanische Waffen? Fast ein Jahrzehnt lang belieferte ich Commander Karim und ihre Missionen gegen Al-Katada und russische Einfälle in Urzikstan. Wer genehmigte Ihnen das? Keiner. Die Lieferungen waren illegal, aber sie retteten Leben. Und ich habe das Geld bewilligt. Ruhe, Ruhe bitte. General Shepard im Oktober 2022, befallen Sie da der Shadow Company das Feuern auf eine Task Force unter Ihrem Kommando in Las Almas, Mexiko? Nein, tat ich nicht. Herr Graves, erhielten Sie den Befehl zum tödlichen Beschuss auf TF 141? Ja, so war es. Ruhe! Ruhe hinten im Saal! Wer hat Ihnen das befohlen? General Herschel Shepard. Und was dann? Haben Sie den Befehl befolgt? Nein, habe ich natürlich nicht, Sir. Ruhe! 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 Scheiße. Die sind sich in den Rücken gefallen. Ritten nur ihre eigene Haut. Jedermann für sich selbst. Der Unterschied zwischen Ihnen und uns. Lassen wir das zu, Boss. Man führt einen Krieg zu Ende, mit dem man siegt. Keine Gefangenen. Gute Jagd, Commander. Gleichfalls, Captain. Nick! Flieg Fahrrad zurück, ja? Wird gemacht, Captain. Okay, zur Exfiltration. Wir fliegen heim! Watcher an Bravo. Schieß los, Watcher. Der MI6 gibt Kommunikation von Connie an uns durch. Mach es kurz, Kate. Wo sind Sie? Connie ist in London. Heilige Scheiße. Lebt Makarov noch? Es gibt Kommunikation von einem Zahn 9-0. Sein Rufzeichen. Was machen die in London as well? Laut Aufklärung trifft sich Connie morgen mit einer bekannten Black Hat im Greensbury Park. Eine Hackerin. Das ist unsere Spur. Auf was will Connie Zugriff? Wir müssen es rausfinden und verhindern. Die Hackerin führt uns zu Makarov. Connie ist in London. Er kann nicht weit sein. Sobald wir Infos haben, müssen wir schnell sein. Ich koordiniere mit der Londoner Polizei und SFO. Ghost klingt dich ins Londoner Überwachungssystem. Sei unsere Augen. Der Rest von uns verfolgt das Ziel. Makarov könnte in unserem Hinterhof sein. Wenn wir erfahren, wo er steckt, schlagen wir zu. Vorerst folgen wir der Spur und finden ihn. Bravo 07 an Watcher. Kamera ist online. Ich sehe es. Funk check. Check. Sechs in Position. Soap. Laut und deutlich. Bestätigt. Ziel im Blick. Schwarzer Kapuzenpulli. Check okay. An die Arbeit, Bravo. Roger. Halte dich bereit, Soap. Bleib unbemerkt. Verlieren wir sie, verlieren wir Makarov. Verstanden. Guck. Im richtigen Alter für das Militär sind, wird sie flüchten. Guck. 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 los hast du mal feuer zur tarnung lieutenant sie ist vorsichtig ihr telefon klingelt du musst sie belauschen und darf kein wort entgehen toter briefkasten für einen käufer usb-stick gasse zwischen bistro 43 und tcafé wir brauchen sich übernimm an den kameras roger sie das ende der gasse keine spur von connie die sind wohl weg suche im überwachungsvideo nach jemandem der die gasse verlässt 107 ist wahrscheinlich der käufer habe ihn gefunden bleib an ihm dran gut wir brauchen was immer er hat käufer ist hineingegangen sichtkontakt verloren wechsel auf eine andere kamera ich kann ihn wieder sehen ein bus versperrt mir die sicht dann suche einen anderen winkel versuche eine andere kamera ich sehe ja nichts aber ok weiß ich natürlich ist wieder im blick ich sehe ihn nicht versuche eine andere kamera suche einen anderen blickwinkel und finde das ziel wieder sichtkontakt zurück erland glaube ich habe ihn verloren suche nach einer anderen kamera nimm eine andere kamera kann ihn nicht sehen ich sehe ihn nicht suche einen anderen blickwinkel und finde das ziel wieder nimm eine andere kamera schwarze da ist er glaube ich habe ihn verloren versuche eine andere kamera sichtkontakt kompletter mitte und finde das ziel wieder sichtkontakt zurück erlangt sichtkontakt zurück erlangt suche nach einer anderen kamera versuche eine andere kamera schwarze jetzt da ist er an alle bravo ziel geht in den fußgängertunnel der tunnel ist eine sackgasse ein gutes versteck für konny und markaraf die polizei und sfo stehen bereit schlage vor wir rufen sie her verstanden alle stationen bereit machen zum vorstoß roger sechs unterwegs die umgebung abregeln der rest kommt mit mir schwarze tunnel sicher da ist eine verschlossene tür die zum alten bahnhof führt an der tür und bereit sie aufzubrechen bereit zum aufbrechen auf ihr zeichen kämpfen bereit ziehen wir es durch aufbrechen in drei zwei eins los wir gehen rein gehen nach links gehen nach rechts sicher das wohl wir sind drin kontakt sicher verstanden finde den käufer und sicher den stick john team eins mit uns nach unten konzentrieren ich sehe nichts alter weil der ausstoß zu groß ist und das bild zu dunkel mit btf alter alter gute nacht schlaf schön gesichert rücke vor rücke vor rechte seite die ja geschütze ausgeschaltet rücken vor im nächsten rauch mehr koni raketenwerfer im ersten stock hallo geht ja mal down nehmen die linke seite was Ich hätte nicht umprogrammieren, Alter, da war doch was mit umprogrammieren, aber das geht jetzt nicht, schade. Wir gehen nach oben. Alter. Was drauf war, wurde ins Zugnetzwerk des Bahnhofs hochgeladen. Ein Trojaner. Conny hat Kontrolle über die Züge. Noch was. Die Gesichtserkennung fand das. Wurde zehn Minuten eingestiegen. Makarov. In einem Zug voller Zivilisten. Geiseln. Opfer. Der Tunnel ist 500 Fuß tief und 30 Meilen lang. Es befinden sich dort zu jeder Zeit Tausende von Menschen, Bravo. Er will die Züge einschließen. Und den Tunnel zerstören. Wir haben keinen Beweis. Noch nicht. Makarovs Zug hielt nach 20 Meilen an einer Gleiskreuzung. Ich fordere von SFO ein zweites Team an. Wir können jede Hilfe gebrauchen. Wir nehmen den Wartungstunnel. Los jetzt. Bevor es zu spät ist. Die Hälfte von Ihnen folgt dem Lieutenant. Der Rest kommt mit mir. Alles klar. Bleibt zusammen. Tut, was ich sage. Machen wir uns an die Türen, okay? Sechson Watchers sind am Ziel. Holen Makarov. Verstanden. Schnapp ihn dir, John. Der Bastard gibt nicht kampflos auf. Ja, wir aber auch nicht, Sonnenschein. Hm? Na los. SFO-Team in Position. Auf dein Zeichen. SFO-Team in Position. Watcher, wenn Makarov die Züge kontrolliert, können wir wieder Zugriff erlangen. Wir arbeiten an ihrer Firewall. Die Hackerin war gut. Gut darin, einem irren Arschloch für Geld zu helfen. Connie voraus. Sie haben uns nicht bemerkt. Lassen wir es dabei, ja? Sie bauen ein Geschütz auf. Das lassen wir nicht zu. Da kommt noch ein Zug. Sicher. Sechson Watcher. Zugtunnel gesichert. Weiter zur Gleiskreuzung. Verstanden. Schlage vor, über die Lüftungspassage zur Gleiskreuzung zu gelangen. Okay. Geht klar. An alle Bravo. 07 hier. Stehe unter Beschuss. Connie hat Geiseln. Rettet sie, sieben. Wir arbeiten daran, sechs. Watcher, wir sehen tote Zivilisten. Das könnten die ersten von vielen sein, Bravo. Wenn wir Makarov nicht stoppen. Geiseln im nächsten Raum. Vorsicht beim Feuern. Verstanden. Zivile Verluste, Käpt'n. Bring alle Überlebenden in Sicherheit. Oh, Gott. Oh, mein Gott. Wir können uns nicht mehr. Der Rest nach hinten. 4-7-1. Wir sind jetzt an der Gleiskreuzung, Roger. Das ist Makarovs letzte bekannte Position, Sex. Aufpassen. Bereit machen. Makarov könnte hinter diesen Türen sein. Nur noch einen Türen sein. So weit, wir voraus! Stoßen wir vor und erledigen Sie! Gleiskreuzung, auf die Züge aufpassen! Wir machen Fortschritt! Los, Gas, Druckenkontakt! Wie ist eure Position? Rücken die im Bahntunnel vor. Hier sind verletzte Zivilisten. An Feinden mangelt es auch nicht. Verstanden. Wir rücken vor. Makarov muss in der Nähe sein. Wir machen Fortschritt. Wir machen Fortschritt. Das ist ein Juggernaut. Zerstören Oho, passt drauf gegangen Uuuuuh Oho, ups, ups, ah ah, da bekam Ist der Moon? SFO, Bereich absichern Ja, Sir Zob, ran an die Bombe Zwei Minuten, Sir An alle Bravo, Bombe an der Gleiskreuzung Brauche hier Deckung, sofort Aber dann, komme zu dir Verdammt, Scheiße An die Arbeit, Zob Sechs, für die Bombe braucht es zwei Muss mir helfen Erledige sie, uns läuft hier die Zeit davon So, ich hab gedacht, ich muss da was machen Ups, aus Versehen, oh Scheiße Auf der rechten Seite Ich bin drin, was jetzt, Zob? Schmutzige Bombe, Cap C4 und radioaktives Pulver Sie jagt den Tunnel hoch und trifft Europa Wie entschaffen wir sie? Ich brauche das Hersteller Logo auf der großen Platine Rede mit mir, das Logo auf der Platine Verdammte Scheiße, wir sind zu spät Meint er das? Rede mit mir, das Logo auf der Platine Na, was denn, Digga Wer macht mit der das hier, glaube ich? Verdammte Scheiße, wir sind zu spät Ich brech hier zusammen Was denn für ein verschissenes Logo, Jungemann Was denn Was für ein Logo? Was jetzt so? Schmutzige Bombe, Cap C4 und radioaktives Pulver Sie jagt den Tunnel hoch und trifft Europa Wie entschaffen wir sie? Ich brauche das Hersteller Logo auf der großen Platine Was meint die damit? Das Logo auf der Platine Was für ein verficktes Logo Ich brauche das Hersteller Logo auf der großen Platine Kasta oder was? Wir sind zu spät Der ist doch verpackt ey, ohne Scheiß Der ist doch verpackt die Scheiße Was jetzt zum? Schmutzige Bombe, Cap C4 und radioaktives Pulver Sie jagt den Tunnel hoch und trifft Europa Wie entschaffen wir sie? Ich brauche das Hersteller Logo auf der großen Platine Was meint die damit? Das da oder was? Was meint die damit? Was, Digga? Meint die das da? Was? Ich raste aus, Digga Ich raste aus Was? Was denn für ein verficktes Logo, Huren? Jetzt doch! C4 und radioaktives Pulver Sie jagt den Tunnel hoch und trifft Europa Wir entschaffen wir sie! Was meint die damit? Das Hersteller Logo auf der großen Platine Wir nutzen zum Umsehen, Digga Das Logo auf der Platine Sind die denn behindert? Ich hab keine Ahnung Ich hab keine Ahnung Deren verfickter Ernst, Alter Ist doch nicht deren verfickter Ernst, Alter Was jetzt zum Schmutzige Bombecap Diese Huren Söhne, ey Was denn für ein verficktes Logo? Wir schaffen wir sie! Ich brauche das Hersteller Logo auf der großen Platine Rede mit mir Das Logo auf der Platine Was für Logo? Was für ein verschissenes Logo, Digga, Mann Was wollt ihr von mir, ihr dummen Huren Söhne? Was für ein verficktes Logo, Digga, Mann Was ist das Problem von dieser Scheiße hier? Was? Geht den Tunnel hoch und trifft Europa Wir entschaffen wir sie Ich brauche das Hersteller Logo auf der großen Platine Was für ein Logo, Digga Rede mit mir Das Logo auf der Platine Meinen die das? Was meinen die? Scheiße! Wir sind zu spät! Ich drehe durch, ich drehe durch, Digga Das kann nicht deren verfickter Ernst sein Das ist nicht deren verfickter Ernst Das kann nicht sein, ey C4 und radioaktives Pulver Sie jagt den Tunnel hoch und trifft Europa Wir entschaffen wir sie Ich brauche das Hersteller Logo auf der großen Platine Was für ein Hersteller Logo Rede mit mir Das Logo auf der Platine Was für ein Hersteller Logo Was für ein Platine Scheiße! Wir sind zu spät! Das ist ja Normal, das ist nicht normal Das ist wirklich das Schlimmste ever Das habe ich noch nie erlebt In keinem Call of Duty, ey Das ist doch nicht deren verfickter Ernst Was jetzt zum? Schmutzige Bombecap C4 und radioaktives Pulver Sie jagt den Tunnel hoch und trifft Europa Wir entschaffen wir sie Oh mein Gott, der Bärchen Ich brauche das Hersteller Logo auf der großen Platine Oh Scheiße Verstanden Schneide den Draht durch Ich bin drin Was jetzt zum? Schmutzige Bombecap Vielleicht doppelt explodiert C4 und radioaktives Pulver Sie jagt den Tunnel hoch und trifft Europa Wir entschaffen wir sie Ich brauche das Hersteller Logo auf der großen Platine Das ist ein Bär, alter Ein Bär, sechs Rete mit mir Das Logo auf der Platine Das Logo auf der Platine ist ein Bär Verstanden Bär Durchtrennenden Draht Okay Das hat uns etwas Zeit verschafft Price, Achtung Makarov ist im Tunnel Er kommt in eure Richtung So Hast du das gehört? Bestätigt Ich lasse die Bombe nicht los, Captain Ja Ich bin getroffen hier So, die Waffe im Anschlag Wer ist los? Lässt sie hoch, Captain Die Bär deckt uns Ach Bravo Wir brauchen hier Sperrfeuer Jetzt Wir sind felsgenagelt, Captain Conny blockiert die Bombe Kippt doch durch Alter, sie von mir weg, Captain Wunden bleiben, Sergeant Mach sie fertig Also noch, das geschafft Alles sicher Polizei ist tot 07x6 Wir sind gleich durch Kommt her Was jetzt zum? Finde die Sprengkapsel Untere linke Ecke Das ist unten links, Alter Verdammte Scheiße Verdammte Scheiße Wir sind zu spät Oh Gott, ich schreie Ich schmeiß gleich die Scheiße hier aus dem Fenster, Digga Das ist, das kann nicht sein, Digga Das kann doch nicht sein, Alter Digga Wir sind gleich durch Kommt her Was jetzt zum? Finde die Sprengkapsel Untere linke Ecke Digga, das ist unten links Das ist doch links unten, Digga Verstanden Sprengkapsel An C4 angebracht Ei Da ist eine Seriennummer drauf Was ist die dritte Ziffer? Zwei Drei Neun, Digga Neun 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 Nimm das mit in die Hölle, Captain Wir graben den Feind niemals lebendig Nein Captain Johnny Sie sind weg Verdammte Scheiße Johnny Captain, die Bombe Wie stoppen wir sie? Also, zog den roten Hand Nur rot Zog sagte, wir schneiden gleichzeitig noch drei Verstanden? Roger, auf drei Eins Zwei Drei Entschärft Entschärft Wir sind sicher An alle Stationen, hier Bravo 6 auf gut Glück Gefahr neutralisiert Bombe ist sicher Ein Gefallener Drei Gute Drei Drei Musik Musik Er war der Beste von uns Der Taffste Er hätte es mit der Welt aufgenommen Wer wagt, gewinnt Schlafe sanft, Soldat Kannst wegtreten, Bruder Wir übernehmen Ruhe in Frieden, Johnny Schlafe sanft, Soldat 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 Schlafe sanft Schlafe sanft Schlafe sanft Schlafe sanft Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. John. General. Wer hat sie eingelassen? Eine Freundin. Laswell. Sie sind doch einer von den Guten. Waren wir beide? In diesem Job muss man eben Opfer bringen für das größere Ganze. Allerdings. Auch Sie haben Leichen im Keller, John. Das werden Sie noch bereuen. Oh, ich bettle bestimmt nicht um mein Leben. Nicht vor Ihnen oder irgendwen sonst, Captain. Das wäre auch nutzlos. Das ist gerade. Was war das gerade? Krass. Was ist denn da passiert? Ich bin gerade total erstaunt. Was ist denn da? Was ist denn da? Was ist da? Ja. Vielen Dank. 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 Mal überspringen hier. Ja, Ja, Wow. So, Sieht so aus. Das sieht jetzt auch nicht so, Also, Das ist wirklich amazing. Gott sei Dank. Okay. Okay, that's nice. Wow. Ja, Biel.